Ich weiß, ich weiß. Komm schon, das wird schon. Hä? Wo kam das jetzt her? War das ein Motor oder war das der Magen von irgendeinem Vieh? Das klang gar nicht gut. Hallo? Na? Ihr seid nett, ne? Ihr seid einfach nur zwei Süßis. Das wär toll. Alles okay? Die Tiere hier werden nervös, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe gelernt, ihnen zu vertrauen. Geht ihr auf den Berg? So sieht's aus. Keine Ahnung, ob das verrückt oder mutig ist, aber passt dort oben auf euch auf, ja? Mach ich. Ja, ich bin nur ein Kaktus. Wer soll mir was tun, hä? Wer soll mir was tun? Warum nehmen wir eigentlich keinen von unseren Freunden mit? Ich habe mich echt an die Begleiter gewöhnt, ey. Die haben mir viel Freude bereitet. Das ist selten, wenn ich Begleiter kriege. Wasser. What? Was ist das jetzt hier für ein Bereich, Junge? Komplettes Paralleluniversum oder wie? Aha. Ach, wie heißt du, Junge? Für einen guten Groll muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerr. Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Skuba Steff genannt. Ich bin Skuba der Fischer. Wow. Bei Loon Saloon gibt's einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Bei Loon Saloon? Dieses Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Gut, du überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Ey, diese Rekrutierungen sind so random. Wir treffen irgendeinen kleinen Alien, Dude mit seinem Schiff und wir so, Ja, wir haben ein großes Aquarium in unserer versifften Bar und er so, geil. Junge, best day ever, ne? Brauch ich morgen keine Bewerbung mehr schreiben, hab Traumjob direkt gefunden. Aber gut, es muss ja manchmal auch unkompliziert sein, oder? Wenn meine Wegfindungen schon immer kompliziert sind. Uh, Frisur geglättet. Die müssen wir ja mal insfizieren direkt. Um Gottes Willen. Das ist ja noch schlimmer als die langen Haare. Die müssen wir nehmen. Sehr, sehr gut. Weil es sind so gesehen immer noch die langen Haare. Nur mit sieben Tonnen Haarspray. Oh, schön. Ja, und da ich immer der Überkomplizierte bin, ne? Muss es ja auch mal einfach sein. Was haben wir hier? Bidet. Mal mal Ansage. Frachtaufzug. Die Prospektoren planten viele große Projekte für Kobo. Die meisten wurden nie umgesetzt, aber ein Transportaufzug vom Berggipfel nach unten wurde irgendwie erfolgreich abgeschlossen. Siehste, die sind auch wie ich. Planen riesig und dann, ja, machen wir das einfachste. Wenn überhaupt, ne? Wenn überhaupt. Ich kann den Lift von hier nicht holen. Dann ist das vermutlich unser Rückweg, ne? Obwohl ich da auch schon manchmal falsch lag. Also hin und wieder passieren hier Dinge, die kannst du nicht vorhersehen. Wie dieses Echo hier. Vorsicht! Es gibt keinen Grund, sich so... Wow! Mhm. Ich hab dich, Shanna! Oh, ja. Na, danke. Was war das jetzt? Berühmte letzte Worte? Oder? Zwei Prospektorinnen betrachten den Wasserfall. Eine rutscht aus und wird von der anderen gerettet. Beide beruhigen sich und gehen weiter. Was für eine tolle Beschreibung. Wir sind total glücklich damit. Karat, Bigori, hi. Ich konnte auch dort rüber. Ich weiß aber nicht, ob ich das möchte. Weil da scheint es ja durchaus den richtigen Weg zu geben. Darum sollten wir konsequent erstmal schauen, was hier drüben abgeht. Weil da sehe ich schon so ein paar Hühner. Und die waren ja sogar in dem Brettspiel böse, ne? Darum müssen wir die vielleicht mal direkt richten. Ja, hallo! Oh, okay. Das war nicht der Airstrike, den ich erwartet habe. Das war auch nicht R. Jordan, das war R. Shitting. Oh, was bist du jetzt? Bist du ein Bossgegner? Oh, ihr seid aber einige. Was macht ihr, wenn ich das auflade? Und euch so reinzwirbel? Ist euch scheißegal, ne? Ist aber nicht sympathisch immer. Oh! Oh! What? Junge! What the hell? What? Oh! Kel! Das war ja keine Doppelweeper. Das war ja Doppelatomschlag aus der fucking Hölle. Bro, dieser Move. Ich wusste, dass er geil wird. Aber nicht, dass er ein 1 gegen 3 carried. Die konnten ja nix machen, Mann. Heiliger Christa Kai, nein. Da sehe ich so ein paar Hühner. Star Wars meets Zelda. Zum Glück nicht, ne? Es sei denn, wenn der Boden so wackelt, kommt jetzt gleich das utopische Riesenhuhn. Aber darauf kann ich als Gegner verzichten. Was haben wir hier? Oh, meine ganz eigene Tür. Das wäre toll. Einmal weg damit. Will ich in diesen Keller rein? Oh Gott. Hallo, wer da? Ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Wen haben wir denn hier? Anscheinend kein Hidden Boss. Das kann ich auch wegnehmen. Oh, ein Neuankömmling. Wer sind Sie? Hä, was ist das denn hier? Drogenschmuggler oder was? Ich bin Cal. Das ist BD1. Sind Sie hier, um uns zu retten? Wir waren nur am Erkunden. Wie lange bist du schon hier? Wir sitzen schon seit mindestens einem Standardzyklus hier in der Falle. Vielleicht länger. Wir? Ah. Ja, ich bin allein. Und das schon länger. Aber Sie haben den Weg freigemacht. Sind die Raiders weg? Wir haben uns um sie gekümmert. Du solltest gehen, bevor noch mehr kommen. Ja. Ich kehre zum Außenposten Rampers Reach zurück. Wir haben dort gewohnt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. T1N8. Okay. Liebevoller einfach als Tina bekannt, war einst der Protokoll-Druide einer Familie, die in den Höhlen unter dem Prospektoren-Tod arbeitete. Nach ihrem plötzlichen Tod blieb Tina allein zurück und war unter ihrem nun verwüsteten Haus gefangen, bis ein abtrünniger Jedi-Ritter über sie stolperte und sie endlich befreite. Oh Mann, die stand hier einfach rum. Wie sad. Dann müssen wir vielleicht oben zuerst nochmal reinschauen. Ich habe den Weg versperrt. Es tut mir leid. Liebevoll. Sehr emotionaler Abschied. Aber du weißt, du bist richtig gebumst, wenn sogar der Bot nicht mehr weiß, wie viel Zeit vergangen ist und so, ne? Holy. Das Grab eines unbekannten Prospektors. Anscheinend angelegt von jemandem, der mit einer derartigen Aufgabe nicht vertraut war, aber Sorgfalt und Respekt walten ließ. Ach, das sind sogar die Grabsteine da mit so einer Kerze. Oh, da habe ich gar nicht für voll genommen mit dem Leuchten. Oh nein. Einfach der Küche beerdigt, Junge. What a time to be alive. Oder halt nicht mehr, ne? Je nachdem, wen du fragst hier. Craft escaliert heute anders. Oh ja. Eskalieren. Hmm. Finden wir hier das, was sie getötet hat? Ich weiß ja nicht. Hier könnten sich durchaus ein paar Bosse verstecken. Aber was seid ihr denn? Kenne ich euch? Ihr seht aus wie Minen. Der Geruch hier unten ist. Intensiv. Eww. Eww. Die hat wirklich nach mir geschnappt, oder? Fleischschmessende Pflanzen? Eww. Intensiver Geruch. Okay, aber ihr bleibt da, wo ihr seid? Ihr fahrt nicht irgendwie den Kopf aus und beißt mich? Scheint so. Ah. Mein Sohn. Verlassener Leichnam. Die Prospektoren, die diese Höhlen erkunden wollten, endeten tragisch. Einer wurde von einer Gefahr tiefer im Höhlenetzwerk verwundet und konnte noch zurückkriechen, ehe er nur wenige Meter vor dem Eingang seinen Verletzungen erlag. Oh super, eine Bedrohung tiefer in der Höhle. Ich freu mich total. Was wird das wieder sein für ein Vieh? Hier zumindest ist bestimmt ne Abkürzung, oder? Hier geht's nicht weiter. Ah nein, das ist eher die Abkürzung dann von unten wieder nach oben. I see. Wer ist hier abtrünnig? Auf jeden. Was für abtrünnig. Warum lerne ich diese Mechanik gleich kennen? Die wird doch gleich wichtig werden, oder? Äh. Äh. Ich ahne Schlimmes. Bots. Bleibt das oben? Holt euch den Feind. Oh damn. Ich werde dich finden. Wait. Und darum darf ich gleich mit diesen Köpfchen hier durch die Gegend schmeißen und Minen aufdecken. Oh Gott, da sind noch mehr. Yo. Von wo kommen sie überall? Junge. What? Wieso? Wo kam die jetzt her? Äh. Mann. Wo kam die denn jetzt her? Oh Gott. Will ich meditieren? Ja, wir holen hier einmal einen Safe Slot. Das wird ja ultimativ krank. Ponki-Höhlen. Ja, dann kann ich im Notfall wieder rausreisen. Aber eigentlich will ich hier lieber alles einreißen. Daki mit der 33. Vielen Dank. Okay. Weiter geht's. Dankeschön. Kommt ein Ballrock. Ja, ich fürchte auch. Kommt ein Ballrock in eine Bar und sagt. Hallo, haben Sie einen Kaktus hier? Ja. Und ich sage, yeah. Kommt die jetzt hier auch nochmal? Hello. Ne, das waren so einmalige Mobs anscheinend. Na gut. Dann mobsige Grüße an die Füße. Wir hüpfen runter. Wow ist gut. Das sieht ja aus wie ein Isengard in diesen Minen. Sind hier wirklich Urugs in der Produktion oder was? Hier komme ich auch nicht zurück. Da geht's echt tief rein, ne? Und alles leuchtet so ein bisschen wegen den Pflanzen. Puh, wo bin ich denn hier wieder reingeraten? Naja, gucken wir mal, dass wir auch irgendwie wieder rauskommen. Ja, hier ist erstmal noch was zum Scannen. Du weißt einfach, wo du suchen musst. Höhlenpilz. Ja, ist auch sehr unauffällig, ne? Gut, dass wir BD haben. Ein geheimnisvoller Pilz mit einem eigentümlich scharfen Geruch. Er wächst überall im Höhlen-Netzwerk, aber sonst ist nur wenig über ihn bekannt. Hm, das klingt fast so, als würden wir einen Gegner bekommen, der auch mit Dots und so arbeitet, ne? Ja, schön ein bisschen giftig ist das. Oh, damn. Uh, yo, 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 Bruder. Das war ein bisschen sehr schnell, meinst du nicht? Zack. Schön die Doppelweeper aus der Hölle. Und dann bin ich schneller als du, Meister. Aber wenn ihr zwei seid, dann vermutlich nicht mehr. Oh nein, die Rollminen. Oh, die Rollminen. Roll doch in die rein. Zählt das nicht? Anscheinend nicht. Scheiße. Kurz. Das war ein bisschen nah. Das war aber, glaube ich, vom Schaden her. Dennoch okay, wenn ich jetzt dranbleiben kann. Ja, sehr schön durchbrochen. Gleich noch einen. Und vielleicht jetzt lieber die Range-Dinger. Oh, der ist schnell wieder. Aber nicht schnell genug, die alte Missbratze. Komm schon. Nein. Ah. Ah, Mann. Wieder zu greedy gewesen, ne? Auf den letzten Meter. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Die töten mich jetzt hier, Leute. Das ist ja unfassbar. Ey, der... Das ist ja... Was ist das denn für ein schreckliches Levelgrad? Wait a second. Oh mein Gott. Wie kann man denn so auf den Sack gehen? Mit so wenig Leben. Ihr dreckigen Schweine. Und selbst da weichen sie aus. Boah, ist das böse, Junge. Da muss ich blocken. Dann hoffen, dass wir irgendwie reingehen. Aber... Ne, die halten ja komplett aus. Puh. Dann geh ich jetzt in die Slow-Mo. Das hätte ich sonst nicht ausgehalten. Wenn der noch länger gelebt hätte jetzt. Mit diesem Live-Pool. Nope. Nope. Wow. Oh Gott, das wird schlimm. Boah, wird das stressig. Wenn die jetzt schon Raum geben mit mehreren davon und Rollminen. Bitte lass es nur ein besonders schlimmer Einstieg gewesen sein. Junge. Okay. Naja. Da ist es immer hilfreich, sich kurz mal zurückzuziehen, ne? Einmal Kopf schütteln und dann wieder rein. Weil wenn du dann hier durch die Gegend springst, da triggerst du im besten Fall noch Mermin. Dann lass den ganzen Kindergarten hinter dir herrollen. Ey, ich verzichte. Ihr werdet diesen Ort nach allem von Interesse durchsuchen. Falls sich jemand einmischt, vernichtet ihn. Ravis befahl den Raiders, das Höhlen-Netzwerk zu besetzen. Er glaubte instinktiv, dass dort Informationen über den Aufenthaltsort seines verschwundenen Meisters zu finden werden. Dann hat er nur diese Ekeligen zurückgelassen. Gut, dass wir den schon getötet haben, sonst wäre ich jetzt wütend gewesen auf ihn. Dann wäre der Kampf noch schneller vorbei gewesen. Und zwar für mich. Weil meine Wut mich mies geblendet hätte. Ah, ich bin begeistert, wie kreativ sie diese Level immer wieder gestalten. Da dachte ich letztes Mal, ich hatte die größten Assi-Fights. Und wo ich dann ja noch den Kollegen mit dem dicken Hammer am Ende hatte, ne? Aber nein. Nein, nein, nein. Jetzt kommen sie mit Rollminen. Frechheit. Okay, wir könnten dort runter. Wir haben jetzt aber hier auch ein neues Loch. Da knallen wir auch nicht sofort auf den Boden der Höhle. Das ist schon mal ganz gut. Hm. Wollen wir da runter? Ja, da geht's nur wieder hoch. Da könnten wir irgendwie rüber dashen. Aber ich glaube, die wollen uns erstmal unten haben, oder? Ich glaube, das ist erstmal der sichere Weg. Ja. Da ist eine seltsam verstärkte Tür. Aber ich sehe sonst kein Leben hier. Ich schätze, das ist die Falle, weil das da ist ein sehr großer Höhleneingang. Oh, da steht doch auch was. Ist das ein Rangor? Es ist ein Rangor, oder? Boah, guck mal im Nebel, wie creepy, Mann. Wie bei Jurassic Park, als der T-Rex-Kopf auf einmal kommt. Scheiße, den sieht man einfach. Naja. Let's fetz, wa? Hallo, mein Freund. Was, jetzt schläft der noch, oder? Hello, ich hab dich doch gerade schon gesehen. Hm. Bereiten sie eine coole Sequenz vor? Ich hab ihn doch da gerade stehen sehen, wie creepy. Wie faszinierend. Dass der weg ist. Revis hat uns von dir erzählt. Aber es ist was ganz anderes, dich persönlich zu treffen. Cool. Ich werde es genießen, deine Überreste zu untersuchen, falls deine Expedition schief geht. Ja, das ist ja echt eine nette Begrüßung, hör mal. Ich schätze, dich kriege ich da auch nicht raus, ne? Warum kommt denn der nicht? Wieso bleibt denn der da stehen? Das ist ja sehr merkwürdig. Ja, untersuche ich erstmal den Ort hier, ne? Ja, das klang nicht so gut. Eine Höhle zu weit. Zwei Prospektoren haben es tatsächlich tief in das Höhlennetzwerk geschafft. Doch sie geraten in eine Falle und beklagen, dass dies ihr Ende sein könnte. Ja, wenn man zu tief und zu gierig gräbt, na? Da sind wir wieder. Hier haben wir so eine lustige Pflanze. Kann ich mit der irgendwas erreichen? Kann ich irgendwas treffen mit der? Ich meine, ich könnte mit dem Rango jetzt erstmal in die Fresse ballern, wa? Machen wir schön den Kinski-Jedi, ey. Dann habe ich die Pflanze genommen. Und dann habe ich sie ihm in die Fresse gehauen. Wo stand er denn? Von hier konnte man ihn so ein bisschen sehen, glaube ich. Da ist er, die Missbratze. Bam! Ah ja, jetzt ist er wach. Ey, das hat sogar ein bisschen Schaden gemacht. Erstmal die Range. Ja, da kommt sein erster dicker Smash. Dann versuche ich jetzt vielleicht im Blocken zu bleiben. Ah ja, die Welle konnte er auch noch. Die perfekte Welle. Versuche ich vielleicht im Blocken zu bleiben. Um dann nur hier jetzt mit dem Step auszuweilen. Ich bin ja durchaus lernwillig. Nur ob ich fähig bin, das müssen wir jetzt zusammen rausfinden. So, und die Säule. Bringt das was, wenn er die kaputt macht? Ne, ne? Da fiel ihm auch kein Stein oder so auf den Kopf. Das ist immer ein bisschen schade. Ein Hit geblockt. Den anderen gar nicht erst kassiert. Das war sehr, sehr schön. Nächster Range-Angriff. Ja. Und zur Seite. Oh, da ist er aber nicht weit gelaufen diesmal. Was war denn da los? Akku schon leer? Oh. Oh, jetzt ist er aber. Der flinke Boy. Schade, dass ich meine Ulti nicht habe. So eine kleine Slow-Mo kann bei dem auch durchaus sinnig sein. Aber dadurch, dass die Säule hier jetzt noch so halb steht, kann ich die bisschen WoW-Arena-Style benutzen, oder? Es sah gerade fast so aus, als ließe er sich da rumkiten. Oh, 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 okay. Schön zur Seite. Ja, 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 ja. Nächster Range-Angriff ist gleich ready. Aber erstmal suchen wir das Weitere. Ja, Ulti ist auch ready. Schön zur Seite. Nice one. Aber Ulti jetzt fühle ich noch nicht. Würde ich sehr, sehr gern. Ah ja, guck mal, wie wir ihn mit der Säule outplayen können, lol. Würde ich sehr, sehr gern für die Execute-Phase nutzen, muss ich gestehen. Da sind wir auch gar nicht mehr so weit von entfernt gerade, ja. Aufpassen, zwei Hits, dann können wir wieder ran. Schön ein bisschen vermöbeln und weg. Ja, ja, weg, 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 weg. Das war nicht weit genug weg. Keine Ahnung, boy. Der Doppel-Hit. Oh, unserer Seite. Gar nicht gut, was gerade passiert. Aber füllt zumindest unsere Machtanzeige auch wieder auf. Das hilft uns natürlich, die Range mal wieder zu überbrücken. Aber dass die gerade alle hitten, das ist, glaube ich, weil ich zu nah dran bin. Und dann habe ich nicht die Range-Box, um da sinnig auszuweichen. So, jetzt nochmal diesen hier. Yeah. Sehr schön. Na, das lief doch besser. Das lief doch besser. Echt jetzt? Wir fahren echt alles auf. Wey. Das war gut. Wenn ich jetzt nochmal krepiert wäre wegen irgendeinem Scheiß, naja. Das Wellefressen war ja schon frech am Ende. Dann hätte ich hier nur noch um diese Säule getrenzelt, man. Dann wäre ich full PvP-Monk gegangen. Wäre nur noch drumherum gerollt, echt. So, da hinten. Da war die Abkürzung. Was ist mit ihr jetzt? Unglaublich. Die Jedi sind wirklich so gut, wie man nicht hat glauben lassen. Ravis hatte recht, was dich betrifft. Was lässt dich glauben, dass du es besser machst? Die Höhlen sind tief und gefährlich, Jedi. Dort gibt es noch mehr, wovon du nichts weißt. Aha, okay. Aber hier komme ich tatsächlich nicht durch. Und auch die normalen Machtfähigkeiten machen gar nichts. Merkwürdig. Es gibt noch mehr, von dem ich nichts weiß. Das klingt ja sehr, sehr einladend. Aber hier ist erstmal ein bisschen Loot. Was hast du gefunden? Gut gemacht. Rancor Beutel. Es ist unklar, ob die Raiders diesen Rancor in die Höhle gelockt haben, oder ob er schon lange zuvor hier gewesen war. Völlig klar ist hingegen, dass er kontinuierlich Beute gefunden hat. Oh Mann, die, die nicht schnell genug oben gearbeitet haben. Lass uns das Sie zeigen. In die Grube gekickt. Aber auch hier kein richtig fetter Loot. Keine Stimpacks oder so. Ja gut, wenn man den ein bisschen einspielt, ist er ja eigentlich auch nicht schwer. Er ist groß und langsam. Und da kann Cal eigentlich sehr gut mitschalten dann. So, mit dem 14. Und 20. Mit dem 2. Vielen lieben Dank. Dann muss ich jetzt nur gucken, was wir hier machen. Weil irgendwie muss mir ja dieses, natürlich, dieses Blümchen weiterhelfen. Aber inwiefern? Ich könnte dort runterjumpen. Da sind auch ganz viele davon. Oh Gott. Junge, es ist ein verdammtes Nest von denen. Ey, 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 okay. Ich habe aber eigentlich gehofft, wir könnten irgendwas auslösen, um hier eine Connection zu spannen. Aber die lockt gar nicht ein. Bei den Energiekugeln war das ja dann so, dass die Teile irgendwie eingeloggt haben. Dass die Farbe von dem Wurf sich verändert hat. Aber hier sehe ich gerade nichts, wo das passen könnte. Außer eben die anderen Blumen. Aber da die eh so schnell nachspawnen. Weiß ich jetzt nicht, ob das sinnig wäre. Aber man kann es mal probieren. Bäm! Ja, passiert original nichts. Da sind ganz viele mehr. Oder ist es wirklich dafür? Spawnen die vielleicht nicht mehr so schnell? Wenn wir die mit ihresgleichen beschießen. Ne, ist denen kackegal. Böp! Au, aber die wächst nicht nach. Doch, okay. Hmm. Das ist ja ein bisschen weird, ne? Ist das zum Wallrun auch nicht? Bin ein bisschen lost gerade hier on track. Aber ich glaube, die zeigen schon relativ klar an, wo sie mich nicht haben wollen, oder? Hey, Craft, ich hoffe, der Besuch bei der Familie verlief gut. Wünsche dir viel Spaß und Erfolg. Dankeschön. Danke, danke. Oh nein. Nicht ihr schon wieder. Botz. Oh, noch einer. Mann, wo kommen die denn immer her? Wo standen der jetzt? Hier, oder was? Oh Mann. Bede, wirf mir ein Stimm rüber. Die schaffen mich in dieser Höhle. Ich brauche dringend auch Augen hinterm Kopf. Ey, da ist einer. Hallo, na? Was geht bei euch? Nee, ihr macht euch bitte weg jetzt. Ach. Sag mal, da ist noch einer sogar. Weg mit dir. Das ist ja grausam. Jetzt weiß ich, warum mir so viele von den Köpfen sind. Weil du dadurch erstmal jeden Scheiß targeten kannst. Nur halt nicht die Gefährlichen, die mit einer Bombe auf dich zurennen. Ah, wie frech gemacht, ey. Aber gut, wenn man sich konzentriert, geht das natürlich, ne? Aber wenn du dich panisch umschaust, dann bist du auf jeden Fall gebummst. Da steht wieder so ein Schiffchen rum. Aha. Und ein großer unterirdischer Tunnel. Sunjala, hi. Mich triggert nur, dass ich mit denen gerade noch nichts weiter machen kann. Ich meine, man kann natürlich auch, wenn einen das jetzt besonders stört, so eine Kugel direkt nehmen und dann auf die Druinen schmeißen, ne? Kann man sich schon ein bisschen, bisschen schöner machen. Aber will ich erstmal da hoch? Oder will ich erstmal da runter? Hm, ich glaube, wenn wir hier hoch gehen, dann kommen wir leichter wieder hoch als andersrum. Oder runter, wie auch immer. Hoch, runter in der Höhle ist alles immer eins. Jetzt haben wir auch diese Abkürzung. Okay. Ja, das ist doch schon mal ganz nett. Was seht ihr jetzt? Urnen? Vasen? Warum? Wer sammelt denn solche Vasen hier? Verstörendes Level einfach nur, Mann. Die Gegner sind frech. Die Optik sind frech. Oh, no. Und der ist erstmal frech. Bitte sag mir, du bist alleine. Oh, da steht ein zweiter, glaube ich. Ihhh. Na gut, was willst du machen, wa? Hallo? Moin. Ne, ihr seid aber auch noch ein bisschen im Winterschlafmodus, oder was? Hahaha. Scheiße. Ah, Junge. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die waren sehr, sehr böse, die Eumel. Aber den habe ich gerade sehr schön im Griff. Darf mir jetzt nur nicht töten lassen, aber... Wenn wir so dranbleiben, dann ist... Oh, der Schaden, den ich kriege, glaube ich, worse. Hey, Kumpel, Stim! Gleich beide Stim-Packs rein. Ich wette, sie kann die Daten von dieser Desk auslesen. Weil da... Hier stehen ja überall so welche. Oh Gott. Zwiebel, Kai. Hmm. Warum spotten die mich nicht? Oh, sind die irgendwie auf Geräusche oder so? Oh mein Gott, deswegen stehen hier die Vasen, ne? Und wenn ich eine Vase kaputt mache, nur dann werden die aufmerksam auf mich? Oh nein. Oh nein. Die Kreativität dieser Entwickler. Ich fasse es nicht. Oh oh. Ich habe das Level doch schon gelobt. Das reicht denen nicht. Die Republik muss damit Sachen an die Oberfläche transportiert haben. Sie sind sicher nicht jedes Mal durch ein Loch in der Decke gefallen, Kumpel. Ich bin so begeistert, aber auch so angewidert. Ich weiß nicht mit meinen Gefühlen umzugehen. Es ist fürchterlich, aber auch cool. Diese Mischung macht es manchmal einfach aus, oder? Da treibt sich rum. Viel Spaß. Sorry, war noch Zelda abgelenkt. Ja, völlig zu Recht auf jeden Fall. Bin auch immer Zelda abgelenkt. Ich war immer mit irgendeinem Flammenwerfer in der Stadt rum. Röste einfach ein paar Bäume und schreie dann, die haben mich angegriffen. Die wollten mein Blut. Dann kriege ich immer eine schicke weiße Jacke. Und so finanziere ich meine Winterkleidung. Das ist ein kleiner Lifehack. Müsste ich auch mal ein Video zumachen. So. Dann ab nach unten. Und ich glaube, da ging es raus. Spannend. Spannend. Hier geht es runter. Da müssen wir ja rein dashen können. Rüber geht es aber auch. Was sind denn diese mega vielen Wege hier? Ist das eine Höhle oder was? Aber vielleicht sollten wir erst mal da runter gucken, weil das wirkt ja schon besonders sneaky, ne? Ah ja, guck mal. Guck mal, guck mal. Bam. Ich freue mich über alles. Egal was es ist. Es kann immer nur geil sein. Ja. Fähigkeitspunkte. Da haben wir heute gesehen, was sie bringen können, ne? Zwar bei den Fights gerade nicht mehr so viel gebracht, aber hey. Man muss sich auch an den kleinen Dingen erfreuen. Zack. So. Ja. Und hoch. Aber wo danach hin? Einfach nach oben. Ja. War gut. Das ist denkbar einfach. Was haben wir hier? Zum Hacken. Oh. Magnerwächter und Ruiden hacken und kontrollieren. Damn. Boah, das sind aber schon richtige Ficker-Einheiten, ne? Da reden wir aber von ultimativen... Oh nein. ...Big Hacks. Was war das denn jetzt? Sehst du das? Oh, ich war... Nicht ready. Ich war nicht ready. Scheiße. Da ist auch noch was Grünes, ne? Komm ich da nochmal hoch? Ist das so ausgelegt, dass ich... Normal? Nein. Oh. Oh nee. Da wär mein Stimpack drin gewesen, Leute. Oder hier? Warte, hier ist noch ne Wand. Wollt schon sagen. So asozial sind sie eigentlich nicht. Sie sind schon asozial, aber sie geben eigentlich auch Chancen, ne? Man könnte fast meinen, wenn man verkackt, ist man selber und nicht das Spiel schuld. Aber es bleibt natürlich trotzdem räudig hier gerade, ne? So, rüber. Na. Ja. Sehr schön. Wo sind wir jetzt? Egal. Erstmal looten. Lass uns die Datendesk zu Sie bringen. Ich habe sowas von der Orientierung verloren, Leute. Schlimm. Was war das? Ein toter Jedi. Oh nein, das ist Foreshadowing. Der Leichnam eines längst verstorbenen Jedi, der vermutlich in den Höhlen geforscht hat. Sein Körper deutet darauf hin, dass er durch ein massives Trauma von etwas, das viel größer war, als er, getötet wurde. Na, da hat er auch den Rangor bestimmt vor der Tür. Und jetzt bin ich einer der Gefangenen. Hallo! Bitte helfen Sie mir! Nee, dagegen kann ich nichts machen. Sind das räudige Tore, Mann. Schlimm. Das heißt, sie muss irgendwie anders wieder hier raus, oder? Aber wie verdammt. Oder kann ich das irgendwie hochheben? Nee, geht doch auch nicht. Egal, was ich jetzt mache. Das steht ja sonst auch dran, ne? Ich versuche irgendwas zu heben, Special Moves zu machen. Nö. Muss einen anderen Ausgang geben für Cal. Au! Können wir das damit deaktivieren? Direkt durchgeätzt. Können wir das anderswo gebrauchen? Nein! Warum bin ich denn da nicht draufgekommen? Oh, nee, Junge. Auf jeden Scheiß habe ich die Dinger geschmissen. Aber nicht auf die Tore. Oh, bin ich bescheuert. Oh, nein! Dann hätten wir die Tante vorhin doch befreien können. Junge, die hat aber auch nichts gesagt. Was soll denn das? Ich fasse es nicht. Naja. Das war zwar ein bisschen dumm, aber immerhin doch noch rausgefunden. Besser spät als nie. Und so. Was war das? Oh, nein! Brauenvoll. Die sind schon lange hier. Ein gefallener Ritter. Der Leichnam eines Jedi-Ritters, der von etwas Unbekanntem brutal überfallen und dann kurzerhand in die Eingeweide der Höhle geworfen wurde. Uh, entdecke die Möglichkeiten, ja. Glaubt, das geht auch erst ab hier, wo es erklärt wird? Tatsächlich. Ach so. Dann war ich ja gar nicht so dumm, aber man hätte es trotzdem mal probieren können, ne? Naja, hier mussten wir es jetzt tun. Das ist zumindest tröstlich. Okay. Bedeutet, hier machen wir genauso weiter. Ich trau nur dem Frieden noch nicht ganz, dass sie mich hier einfach wieseln lassen, ne? Das ist ja regelrecht ungewohnt, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Ordentlich Säure drin, ey. Warum mögen die Druiden das auch überhaupt nicht leiden? Was haben wir hier? Gar nichts. Und da war ich ja gerade drin, ne? Da fing die ganze Miserie ja an. Nun gut. Dann sind wir jetzt in einem größeren Raum. Was bist du? Oh, Jefmeko. Oh. Wow, 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 wow. Wann machst du auch ein grünes Schwert, Mann? Das ist meine Ma... What? Was denn jetzt? Was soll denn das jetzt? Wieso sind denn das zwei? Aber er frisst sehr, sehr gut. Das ist sympathisch. Vielleicht einfach die Viper. Nein, er ist schneller. Jetzt sind es drei. Wait, what? Wait. Wait, what? Wieso sind denn das jetzt drei? Scheiße, die Viper muss springen, Leute. Die Viper muss springen. So, und ich muss weg hier. Was soll das denn? Um Gottes Willen. Boah, wie schlimm. Aber gut, wir können vielleicht ihre Fähigkeiten gegen sie lenken. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss erst mal gucken, was sie können, ey. Puh, da können wir ein bisschen reflekten. Hier kriege ich aber ordentlich in die Fresse. Da wird ein bisschen reingewastet. Ja, der blockt direkt. Zack. Wieso das denn? Was seid ihr für miese Schweine, ey? Boah, wieso seid denn ihr so rolldig? Oh mein Gott, beruhigt euch. Ja, das ist ja auch noch Range und... Boah, Junge, das ist ja komplett fürchterlich. Junge, die machen mich kaputt. Die machen mich einfach kaputt. Ja, keine Chance. Nicht mal Stimpack geschafft, Junge. Ne, ich weiß auch nicht mal, wo ich jetzt spawne, Mann. Wir waren jetzt so lange unterwegs, ohne Speicherpunkt. Kann sein, dass ich ganz oben stehe. Ich weiß es nicht. Junge, was soll... Ja, was soll denn... Drei gehen? Das war schon ein bisschen sehr wild. So, lass mal gucken. Weil, wenn die da unten nicht wachsen... Boah, da lassen wir uns gar nicht ärgern. Dann nehmen wir eine mehr. Und dann fahren wir noch ein bisschen. Solange ich jetzt nicht meine Hand zu weit in das Vieh reinbewege... Könnte das ja vielleicht Funktionuckeln. Boah, tatsächlich. Es geht, wow. Es geht. Das ist ja der Wahnsinn. Und da kommt meine Magna-Wache. Ja, meine Magna-Wache. Die rasiert massiv, Junge. Oh, nein. Oh, boy. Schön. Ja, ich war das Ziel. Junge, was ist das denn? Das ist aber nicht die Art und Weise, wie du hier kämpfen sollst, mein Freund. Oh, damn. Schön aufgeladener Angriff. Sehr, sehr big. Da gehen wir jetzt rein. Ja, und ein bisschen verpissen wieder. Weil unsere Wache kennt keine Gnade, ne? Die haut da ordentlich was drauf, ey. Zack. So, Wache ist kaputt. Er hat aber auch sehr, sehr gut gefressen, muss ich sagen. Da blocken wir schön rein. Dann gibt es einmal den. Dann gibt es ein bisschen Viper auf Ranch. Und wenn die Rüstung durchbrochen ist, dann wollte ich eigentlich reingehen. Nein. Aber Kel hat sich gar nicht bewegt. Kel, mal mini fertig, Bruder. Jetzt. Ach. Das kann doch nicht sein. Eine Frechheit ist, dass du noch lebst, mein Bruder. Das ist die einzige Frechheit hier im Raum. So. Endstation. Endstation. Cool. Sehr, sehr cool. Ey. Da hat es sich ja fast gelohnt, ne? Dass wir nochmal gewiped sind. Weil sonst hätte ich mich echt hinsetzen müssen, um zu überlegen, wie wir die drei jetzt angehen. Und sicherlich geht das auch. Vielleicht gibt es sogar eine Trophäe oder so. Aber warum, wenn wir die auch so natzen können? Diese Flora ist faszinierend. Und zwar hinter dieser Tür. Wann gibt es denn hier leckeres? Neuer Bart? Ein Höhlenbart? Bart Simpson? Oh. Duellant. Ein neuer Griff. Der ist aber auch schick. Hör mal. Isto. Hi. Dann hätten wir den ersten schon mal gesnackt. Die Frage ist jetzt nur, wo finden wir denn den Rest? Und sollte ich genau deswegen vielleicht nochmal zurückgehen? Weil die Zellen müssen ja irgendwie zusammenlaufen, ne? Ah, wäre ich da vielleicht auch rangekommen? Hätte ich mir den Weg sparen können? Der Bait des Todes, Bruder, im wahrsten Sinne. Okay. War vielleicht ganz gut, dass ich die andere genommen habe. Und dich nehmen wir jetzt mit. Ja. Und zwar zu der netten Tante hier vorn. Dann müsste das ja auch passen. Ah ja. Das ist diese Firstin. Okay. Aufpassen. Boah. Ich dachte, die ist nett, ne? Ich dachte erst, die ist nett. Aber nein. Sie ist eine Reudige. Sie ist eine Reudige. Vor allem ist der Rancor auch wieder da. Pass auf. Geh nicht zu weit nach hinten. Oh Gott. Kann man die in den Rancor lenken? Und will ich das? Dann muss ich den ja im Zweifelsfall nochmal bekämpfen, wa? Okay. Sie ist schnell. Sie ist schnell. Aber ich bin schneller. Wow. Oh, 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 oh. Dachte ich zumindest. Holy hell. Da hat aber jemand Böcke. Damn, son. Okay. Er hat sich kurz unsichtbar gemacht. Aufpassen. Granate. Schießen wir einfach zurück. Dachte ich. Okay. Gar kein Bock. Passiert, Kerl. Passiert. Ich habe auch nicht immer Bock. Nicht so schlimm. Bam. Wir bleiben ein bisschen auf Range. Wir gucken mal, was jetzt kommt. Ja, das sah aus wie einer von meinen Angriffen, wo ich die Range falsch einschätze. So, bisschen blocken. Jetzt zur Seite. Und jetzt könnten wir ran, aber die rollt schon wieder weg, ne? Die hat so gar keinen Bock auf meinen Scheiß. Puh, ey. Wie konnten denn die ersten Hitze gut sitzen? Und ich sehe sie vor allem. Ich sehe sie auch dank dem Markierungspunkt. Das ist ja sehr merkwürdig alles. So, reflektieren will gerade auch noch nicht, aber ab und zu so einer geht ganz gut klar. Das Ding ist, ich will eigentlich die Granaten einfach zurückschmeißen, aber die explodieren so schnell und ich stehe immer mittendrin. Was passiert denn, wenn ich jetzt rangehe? Hüpft die wieder weg? Boah, ist das ekelhaft. Ich will halt auch nicht einfach so an sie zu nah ran, weil ich will den Rancor ungern dazu holen, ne? Da ist die Chance, dass sie mich gemeinschaftlich kaputt hauen. Halt doch relativ groß. Uff, Kerl, nicht gut. Gar nicht gut. Ja, schön die Simpax, Bruder. Das war so scheiße, der Move. Oh mein Gott, ein bisschen rein. Wir gehen mal in die Slow-Mo. Mit vielleicht irgendeinem... Ja, er ist wirklich geedit jetzt. Scheiße. Oh nein. Aber er steht noch. Er steht noch. Hm. Vorsicht ist geboten. Bisschen rein. Wird geblockt. Konter angriffen. Boah, sie rollt dich. Oh mein Gott. Boah, ist die schlimm, ey. Da ist so... Nein. No way. No way. Ey, wie unlucky kann man sein? Hm. Aber ob das überhaupt gehen kann, die nicht dazu zu pullen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es alles nicht. Wir probieren es erstmal ein bisschen so. Weil das lief ja eigentlich ganz gut. Und wenn man sie erwischt, dann frisst sie auch. Also wenn man da mal durchkommt, dann frisst sie auch echt gut. Vielleicht muss ich mal ein paar Machtstöße mehr probieren oder so. Weil sie ist ja schon wieder gut im Arsch. Zack. Der geht leider in die Säule. Und selbst wenn ich die Blaster Shots reflektiere, dann hat sie da nicht so Böcke drauf. Da ist der Rancor wieder drin. Da ist er. Ja. Muss man erst skillen. Das kann sehr gut sein. Oh, gucke da. Yo, das war ja ultra big. Mach sie kaputt, Rancor. Er hat die einfach aus dem Leben gedrückt, Junge. Aber vielleicht kann ich auch einfach an den vorbei rennen. Warte mal. So schnell triggern die Granaten ja auch nicht. Oh mein Gott, Junge. Ja. Ja, ja. Nein, Junge. Gucke. Was ist hier? Kann er mich mitnehmen? Gehen wir mit dem Boot tauchen? Ja, ein U-Boot, ne? Ein Tauchboot. Man kennt's. Der hat hier seine Höhle, Junge. Schön zwischen irgendwelchen Giftsäurepflanzen und tödlichen Mien und Druiden mit Granaten. Also noch gemütlicher geht's ja fast gar nicht. Mal schauen, was er zu melden hat. Ist ja mein neuer Kumpel, ne? Skuba, hey. Was wartet diesmal unter der Oberfläche? Diese seltsamen Gefilde beherbergen einen überaus mysteriösen Bewohner. Den klebrigen Schleicher. Sie halten sich gern in den gemütlicheren Ecken des Meeres auf. Aber für Skubas Death ist nichts zu gemütlich. Klasse. Glaube ich. Aha, klasse. Heißt das, wir haben einen Unterwasser-Boss? Wait, der springt einfach rein? Warte, wa... Okay, es ist anscheinend kein Unterwasser-Boss. Er hat einfach diese Qualle geangelt. Wie geil. Klebriger Schleicher. Der klebrige Schleicher haust in den dunklen Ecken von Kobo und meidet nach Möglichkeit natürliches Licht. Er ernährt sich von Wassermilben und Grill, die es nur an Orten ohne Sonnenlicht gibt. Seine gefährlichen Körperfortsätze setzen starke Elektroschocks frei, die schon großen Spezies Schmerzen, für die Beute des Schleichers aber absolut tödlich sind. Mh, das klingt ja lecker. Was war da oben noch für ein Räumchen? Das wäre einfach nur eine kleine Abkürzung gewesen, oder was? Aha, aha, aha. Der klebrige Schleicher. Aber wir können da rein, oder? Glaub, wir sollen da rein und vermutlich... Oh, damn. Vermutlich muss ich denen so ein bisschen ausweichen hier, wa? Na gut. Dann nehmen wir den Loot doch mit. Ein Knauf. Duellanten-Knauf. Okay. Ich habe jetzt schon gesehen, dass ich irgendwie riesigen Quallen ausweichen muss, oder so. Die erinnern mich an die Hana aus Mass Effect. Ja, true. Ah, Mass Effect vermisse ich auch manchmal, ne. Da ist so ein großes Loch in meinem Herzen. Und drauf steht Mass Effect. Ja, glaube ich knall mir mal ein Stim mit rein, weil... Fail ja echt oft in dieser Höhle, ne. Ich meine, man könnte fast sagen, die ist auch dafür gemacht. Sie lädt ein bisschen dazu ein, aber... Mh... Wird es trotzdem am liebsten vermeiden, Mann. Huh. Das ist wieder so eine Höhle, wo... Wenn du ein Gamer bist, der zu dezenten Wutausbrüchen neigt, du gerne mal deinen Controller wirfst, oder so. Du schon mit ein bisschen Schwund bei der Hardware rechnen musst, würde ich sagen. Dann könnte man jetzt hier unten nochmal gucken, oder? Hmm... Was war denn hier? Wait. Äh, das soll, glaube ich, nicht so sein, Kerl. Aber... Hier wird dieses Echo, jawoll. Du bist ja im D4-Programm drin. Ja, habe ich mich auch gefreut. Ich bin beim Support-Streamer-D4-Programm dabei. Das heißt, wer sich seinen Mount über die Subs holen möchte, der kann das natürlich super gern bei mir tun. Und das ist... Ja, ne coole Sache. Freut mich, dass Blizzard da gesagt hat, auch die WoW-Gurken nehmen wir mit, ne. Ja, vermutlich, weil wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit Diablo 3 gestreamt haben. Mhm. So nämlich. Liebe für die Blizzard Games. So, einmal hoch wieder. Und wie haben wir hier jetzt weitergemacht? Ich glaube, da runter. Ja. Ich meine, so gesehen kann ich ja auf das dritte Gefängnis auch scheißen, oder? Weil es ist ja dann jetzt wieder nur noch der eine übrig, weil die spawnen ja nicht. Der Rancor ist ja gespawnt. Aber deren Zellen waren ja jetzt wieder leer. Was ja bedeuten müsste, dass wenn ich die nochmal treffe, was ja hier, glaube ich, war, dann dürfte es nur noch der eine sein. Zap. Ah ja, der lila. Boah, ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Zap, ich erinnere mich. Zack. Ja. Ja. So. Ja. Zack. Und jetzt gehen wir gleich mal hinterher. Ah, da war er. Ja, war jetzt scheiß Timing. Da hat auch er gerade angegriffen. Das ist nicht so gut gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber da ist das Sprintmanöver. Ja, ja, ja. Das kann gehen. Oh nein. Hm. Das kann auch gehen. Okay, I see. Oh, boah. Wie soll ich denn da durch die Abwehr kommen? Kann ich dich so ein bisschen ziehen oder so ein bisschen drücken? Habe ich jetzt keine Macht mehr für. Aber ich glaube, den muss ich ein bisschen aus der Bahn werfen. So, dann kann ich da vielleicht besser rein. Ja. Oh, das hat aber gesessen. Schöne Kombo gewesen. Hör mal. Ganz große Kombo gewesen hier. Nice. Richtig reinmöbeln da. Junge. Und zur Seite. Scheiß auf deinen Greifhaken, mein Freund. Das war nicht so gut getimt. Das gebe ich gerne zu. Aber. Nein. Nein. Hör auf damit. Jetzt komm. Ich bete dich. Ah, du Ratte. Jetzt kommt er nicht. Jetzt macht er wieder den Haken. Das gibt's nicht. Dieses miese Schwein. Greif mich nochmal an. Ja. Bam, Junge. Geil. Ah, schön. Jetzt konnten wir den auch mal wieder nutzen. Den guten alten Standard-Machtangriff, den wir hier haben mit dieser Klinge. Der hat mir in der Vergangenheit ja auch wunderbare Dienste geleistet. So. Oh. Okay. Sein Haken ist schneller als meine Viper. Batz. Aber wenn die doppelt hittet, Junge. Uh. Da geht das Licht. Aber auch zügig aus hier. Sehr, sehr schön. Ich halte dich auf, mein Freund. Gleich wieder in die Slow-Mo rein. Und dann einmal hier unsere Technik durchbrettern. Nein. Blockt er. Blockt er einfach die miese Sau. Wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt aber. Come on. Schön rein. Jo. 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 Das war gut. Big Hits only. Und vielleicht den Rest jetzt hier. Mit der Viper. Na, vier hat er nicht mehr. Zack. Jo. Oh. Na. Ich sag mal so. Nicht gegen alle drei auf einmal zu kämpfen, hatte schon einen schöneren Wohlklang, nenne ich's mal. Hatte einen schöneren Wohlklang. Boah, aber wenn du hier drin eingesperrt warst, da würde ich auch wahnsinnig werden. Da würde ich schön in die Ecke kacken und alles anmalen. Hm, mhm, Kotmalerei. Das wäre voll mein Ding. Oh, yeah. Bleib nicht zurück. Endlich. Zu Hause am PC. Zug hat nur noch zehn Minuten Verspätung. Es ist fast pünktlich, ja. Kleine Verspätungen sind erschinkt. Müssen das hier benutzen. Jetzt kommt hier am besten noch der Chef raus, ne? Du bist der Beste. Hm, weil die Frage ist ja immer noch. Die Reudige, die Unsichtbare, die bei dem Rancor eingesperrt war, meinte die den Rancor mit, hier gibt's noch Schlimmeres? Oder meinte die ihre Freunde? Oder meinte sie den? Wo ist er? Wo ist Degangara? Ich weiß nicht. Wir konnten ihn nicht finden. Aber er hat Jedi ermordet. Er muss für seine Verbrechen büßen. Ich verstehe. Du folgst deinem Kodex und ich folge meinem. Ich schulde ihm alles. Aber euch, euch schulde ich nichts. Oh. Das war kein gutes Knacken, ey. Ravis Suche. Okay. Kerl hat direkt die Gun gezogen. Er hat sich gedacht, Bruder, das ist mein Haus hier. USA. USA. Ravis Suche. Ravis, Degang treu ergeben, sucht auch Kobo nach seinem verschwundenen Meister. Alle Jedi, denen er begegnet, sind potenzielle Informanten und danach zwangsweise Opfer. Oh Mann. Das ist wahrlich nicht gut gelaufen, Mann. Und hier liegt er noch. Puh. Aber wie lässig der gesprochen hat, oder? Obwohl er im Würgegriff war. Ey, Junge. Auf einmal röchelt er rum, um im nächsten Moment zu... Ja, nö, weiß ich nicht, Alter. Keine Ahnung. Choke me harder, Daddy. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dieser Wand. Hm. War das automatisch, oder hat das jemand... Sie haben also den bewogt hier studiert. ...ausgelöst. ...und weitere Forschung über Kobo Materie. Sie fanden wohl den ganzen Planeten faszinierend. Muss schlimm gewesen sein, das alles zurückzulassen. Save. Save. Republik Kontrollraum. Von diesem Kontrollraum aus haben Jedi und Wissenschaftler der Republik, die hier stationiert waren, die Aktivitäten des Planeten überwacht und selbst Proben aus den Höhlen gesammelt. Komm jetzt. Gehen wir. Gehen wir einfach so, weil wir jetzt... Aha. Den Rückweg freimachen. Karten Upgrade tun. Das ist eine Falle. Taufe erhalten. It's a trap. Oh Mann. Was haben wir hier denn noch? Abkürzung. Ah, jetzt sind wir wieder oben. Cool. Das war die Höhle. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Hör mal. Sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ich meine, war schon echt asozial designt, ne? Aber dafür hat es echt Spaß gemacht. Was gibt es hier noch Leckeres? Lass mal sehen. Macht es Sinn. Und skillen können wir auch demnächst wieder, ne? Finde ich gut. Finde ich gut. Karten Update tun. Klingt sehr, sehr geil, ja. Da bin ich absolut bei dir. Thun sind immer gern genommen. So, Kerl. Einmal hier. Unsere Tauchermaske auf. Oh, guck mal, wie schnell er mit den Beinen schlägt. Schmugglertunnel. Uh, okay. Sind wir wieder draußen. Und da steht er schon wieder mit seinem Schiff, Mann. Das gibt es ja nicht. Vermutlich können wir jetzt überall, wo wir ihn sehen, ihn neuen Fisch angeln lassen. Oder? Darum steht er jetzt überall, weil er unser Aquarium bevölkert. Ist es hier unten nicht etwas dunkel zum Angeln? Ein echter Fischer braucht keine Sonne, um etwas zu sehen. Ein echter Fischer sieht mit dem Geist. Wirf deinen Blick mal hier drauf. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Tusker da in seinem Anzug, ey. Ey, wie er jumpt, ist das doof. Zack. Stacheliger Hakenfisch. Aha. Sieht aus wie ein Seepferdchen. Jener Hakenfisch. Da ist er. Uh. Hm. Er so ein Elefantenseepferdchen, wa? Der stacheliger Hakenfisch hat sich aus der Not heraus zu einem brutalen Raubtier entwickelt. Andere Fische dieser Gattung leben von Krill und Nährstoffen aus dem Wasser selbst. Aber der Hakenfisch hat ein Exoskelett und Flossen mit Haken entwickelt, um andere Fische und sogar Vögel anzugreifen, die seinen Weg kreuzen. Wow. Ein See-Ottifant. Ja. Auch geil. Na gut. Dann können wir hier wohl wieder irgendwie raus. Zack. Und der Bruder taucht wirklich überall auf. Also, sein Schiff scheint sehr stabil zu sein. Lass mich raten. Noch mehr Schürfausrüstung. Sucht auf Kobo eigentlich irgendjemand nicht nach Schrott? Ihr wollt schon sagen, es ist uns ja wohl bekannt, ne? Die Schrott-Suche muss weitergehen. Warum sind hier überall grüne Tore? Der Schmuggler-Tunnel. Hier waren wir doch unter der Bar lang das eine Mal, oder? Da konnte ich hier doch auch noch nicht durch, durch die Tore. Oh nein. Sehen wir uns das mal an. Oh nein. Warum finde ich denn sowas jetzt? Das wird wieder schlimm, oder? So ein Jump-and-Run-Parcours. Oh Gott. Und das ganze Game ist direkt gecrashed, oder was? Was war hier los? Die ist verschlossen. Tja, dann können wir eigentlich nur da unten wieder lang, wa? Hier. BD, was hast du noch gesehen? Gar nichts. Fallen lassen. Will ich das? Fallen lassen. Okay, I guess. Um da jetzt runter zu klettern? Ich habe keine wirkliche Erinnerung mehr hier ran. Ich will eigentlich nur einen Speicherpunkt. Und ich glaube, da unten ist einer. Ich glaube, da ist einer. Das ist nur zum Wiedereinhaken. Einhaken. Das heißt, hier runter, da ran. Und da scheinen wir erstmal safe zu sein. Sehr gut. Okay, das war ein sehr merkwürdiger Weg. Aber rein für den Loot hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Für den Loot war das gut. Dann können wir jetzt nämlich ausruhen. Oh, wir sind safe. Und wir können unsere Fähigkeiten checken. Nice. Die Macher von dem Spiel haben zwar das Bonfire-System von Dark Souls und ähnlichen Games genommen, aber nicht das ständige Autosaven. Da verliert man vielleicht mal eine Minute. Ja, das geht dann auf jeden Fall. Weil er hatte gerade einen DC-Schmelke, ich glaube, kurz bevor du gekommen bist. Und durfte dann komplett nochmal durch eine Höhle rennen und noch einen Boss machen und nochmal looten und raustauchen. Ja, weil es quasi genau eine Minute vor diesem Speicherpunkt war. Das hat schon wehgetan. Das hat schon wehgetan. So. Jedi-Konzentration wollten wir, glaube ich, weiter reingucken. Gruppen von nahen Gegnern ranziehen. Das ist, glaube ich, richtig geil, wenn man mit der Doppelklinge, also mit dem langen Schwert, kämpft. Verlängert die Zeit, in der andere verwirrt sind. Glaube ich bleibe hier drüben. Längeres Festhalten. Der erste Angriff gegen Feinde unter dem Einfluss von Verlangsam hebt den Effekt nicht auf. Das ist sehr big. Kreis erhöht, wie viel Macht durch ein erfolgreiches Präzisionsausweichen wiederhergestellt wird. Und maximale Macht erhöhen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Das ist immer sehr, sehr big. Erleuchtete Einstimmung. Und ich glaube, dann sparen wir hier drüben drauf. Weil dieses Verlangsamen, das nutze ich ja auch sehr, sehr gern. Einfach nicht sterben. True. Einfach besser laufen und nicht sterben. Ansonsten, wer sich da beschwert, absolutes Kind. So. Eingestürzte Passage. Mhm, 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 mhm. Wir wollten eigentlich... Wir wollten eigentlich dort rüber. Das heißt, wir müssen vermutlich die Ebenen ein bisschen wechseln. Wie war das? Dreieck, Seite rauf, Seite runter? Nee, wir waren hier doch relativ in der Nähe schon irgendwo, oder? Ja, da habe ich nicht geträumt, glaube ich. Baggerschlucht? Hm, Saloon? Nee, die sind alle woanders. Oder hatte ich da wirklich noch keinen Punkt auch in der Nähe? Das könnte sogar auch sein, ne? Dass wir nochmal vom Dorf aus flitzen müssen, weil ich ja direkt abgebogen bin und da vielleicht noch gar kein Speicherpunkt war. Das ist auf jeden Fall auch nicht völlig unmöglich, ey. Dann ist vielleicht der Saloon gar nicht so eine doofe Anlaufstelle. Und dann müssen wir nur nochmal da rein, in diese kleine, ich sag mal Schlüppe, ne? In diesen Seitenweg. Und dann diesmal nicht links unter das Haus, sondern einfach geradeaus, glaube ich, ne? Da, wo wir den Fischer getroffen haben. Da war, glaube ich, auch irgendwas zum Hochziehen. Und wir wollten ja eigentlich hoch. Ja, wir wollen hoch. Das Erste, was ich mache. Ja, naja, wir gehen mal runter. Wir gehen mal in den Keller rein. Sehr schön. Ja, hier bin ich auch im Keller. Waren wir zum Lachen drin? Ja, das darf auch nicht fehlen. Müssen wir uns nur kurz gedulden, bis wir auch erlaubt sind in der Bahn, ne? Bis sie ihre ekelhaften Aktivitäten eingestellt haben. Und dann dürfen wir auch gleich wieder. Wenn's das ist, was ich glaube, bin da aus Versehen hingelaufen beim Erkunden und auf einmal geht die Main-Story weiter. Oh nein. Ja, wenn man so gar nicht... Schön, dich zu sehen. Wenn man so gar nicht drauf achtet, ne? Dann kann das schnell passieren. Ey, lass mal Törge in Ruhe da hinten. Weißt du, bist du einmal wieder in der Bar, auf einmal wird Törge geflamed. Ich prangere das an. Feier mit dem 18. Vielen lieben Dank. Hatten wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Bei sie wollten wir nicht gucken. Und wir wollten auch nicht schauen. Bei, 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 den anderen Läden. Wobei, bei sie könnte gar nicht so doof sein demnächst mal wieder. Ich hab ja doch ein paar Datendisks noch gefunden. Und das war der Weg. Jo. Muss ich jetzt nur gucken, dass wir nicht wieder ins nächstbeste Haus rennen. Wodurch wir in einem gigantischen Höhlensystem landen. Was mit der eigentlichen Story gar nichts zu tun hat. Aber Kistenupgrade hilft demnächst bestimmt. Wenn ich das Gefühl habe, hm, hier müsste irgendwas sein. Dann kann man einfach auf die Karte schauen und dann sieht man, ja, da hattest du den richtigen Riecher. Oder halt eher nicht so, ja. Verdammt. Was jetzt? Das lange Laden ist nur, damit sich alle ihre Hose wieder anziehen können. Könnte es ja keiner am 18. Spiel. Irgend so was muss es sein, ja. Absolut. Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgist, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus wie ein Fischer, Junge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, hm? Stimmt. Ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer. Außer Skuvas Death. Klar, wer sonst? Ey, diese Taucherrolle, Mann. Was gibt es denn? Oh. Fancy. Seefisch. Aha. Weil der so gut aussieht oder weil der so weit sehen kann? Wow. Was ist das denn für ein Vieh? Der Seefisch ist zwar nicht unbedingt selten, aber wegen seiner Wendigkeit schwer zu fangen. Am häufigsten in höheren Lagen zu finden, hat der Seefisch gelernt, im Wasser schnell auszuweichen, um so Räubern aus der Luft zu entkommen. Der ist echt weird. Der sieht aus wie irgendeine Bionicle-Maske oder so. Holy hell, war ein langer Abend. Ja, damn. Und er ist einfach Sandy, true, mit seiner Luftkuppel auf dem Kopf. Bester Mitarbeiter. Na denn, ob mit Seefisch oder ohne. Wir gucken mal, dass wir hier rüberkommen. Und ein bisschen hochklettern. Der sieht aus wie ich, wenn ich wieder zwei Tage wach war, ja. Der hat auch geguckt wie ich, als das Game gerade gecrashed ist, Junge. Als mir der Gedanke kam, dass ich jetzt alle Bosse normal machen muss, ey. Das sah ja auch so aus. War ich auch gut im Ausweichen von positiven Gedanken in diesem Moment. Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Aber das hielt nicht lange an. Was ist das jetzt hier wieder für eine Dead Space Passage? Hallo? Warst du ein Hühnchen? Oh nein, aber es rennt weg vor mir. Aha. Wow. Gut. Die düstere Höhle war wirklich einfach nur düster. Und hier haben wir direkt einen Punkt. Ich muss meinen Geist freimachen. Machen wir. Das Hühnchen ist jetzt da unten. Das provoziert mich, Leute. Ob ich das so stehen lassen kann, ich weiß nicht. Vier Wochen Urlaub für Diablo und Final Fantasy. Glaub ich, wird so ähnlich aussehen. Leider muss sie noch die Woche bei Release arbeiten. Oh, das reutig. Aber dann vier Wochen, Junge. Oh mein Gott. Es wird massiv gesuchtet. Ist das Hühnchen nett? Warte mal. Will mich das lenken? Will mir das einen Weg zeigen? Ah, nein, willst du nicht. Es will mich massiv töten. Du Reudiger. Ey, Mann. Ich dachte, das ist ein nettes Huhn. Und dann chargt es mich einfach nieder. Darum dürfen wir niemals jemandem vertrauen, Leute. Selbst den Hühnern nicht. Das wird nicht einfach. Denk an die Belohnungen, Chana. Komm schon. Okay. Ja, Chana, komm schon. Zwei Prospektorinnen, fest entschlossene in die tückischeren Gefilde des Berges vorzustoßen, eruieren, was sie erwartet. Hm, da hat jemand den Duden gelesen. Was haben wir hier? Wasserfall. Aha. Nasse Steine, nasser Jedi und... Toller Fund. Sehr gut. Priorit. Oh, da müssten wir auch mal wieder gucken. Da haben wir auch tolle Frisuren, glaube ich, für bekommen. Da ist schon mal wichtig, ey. Aber ist gutes Urlaubstiming, Schmelke. Neues Final Fantasy und Diablo, boy. Da hat man in den vier Wochen, glaube ich, gut zu tun. Ey, wie sie mich angucken. Guten Tag, ich hätte gern ein Big Mac Menü. Und dazu eine große Pommes rot-weiß und eine Cola. Zutritt nur für autorisierte Personen. Zurück, Abschaum. Ich will nur passieren. Ha, alles was nicht aus Dura-Stahl ist, kann diese Elektronenwand nicht passieren. Waffen bereit, Sir. Erschießen wir ihn, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Negativ. Wir haben unsere Befehle. Kannst du keine Ausnahme machen? Riechst du das Abschaum? Du atmest imperiale Luft. Also verzieh dich, bevor ich meine Befehle vergesse und wir rausfinden, wie zäh du wirklich bist. Warum senkst du nicht dein Schild und wir finden es raus? Netter Versuch, Ungeziefer. Zu deinem Glück hat dieses Tor einen Fernschalter. Nur die Basiszentrale kann es öffnen. Ja, oder wir reißen dich in Stücke. Du wirst den Schild senken. Ich... Äh... Autorisiert? Ich habe dir meine Autorisierung schon gezeigt. Du... hast mir deine Autorisierung schon gezeigt. Ey, der Linke. Äh... TK 783 an Basiszentrale. Schild herunterfahren. Was? Moment. Ey, Mann. Oh, jetzt ist er wieder wach. Okay, schade. Ich dachte, er kämpft bei mir auch mit, aber nein. Nun gut. Das ist ja cool, dass das eine Option war. Ich wäre jetzt einfach durchgesprungen, aber... Sicherheits-Suiden-Hacken. Cool. Naja. Das war da ganz nett, würde ich meinen. Und der daneben, hä? Sir? Was passiert? Hi, Jungs. Was geht bei euch? Kann ich die aufsplitten so ein bisschen? Ja, aber wirklich nur so ein bisschen. Oh, das fährt aber gut an der Ausdauer, Junge. Warte mal. Da müssen wir ein bisschen... ein bisschen zurückhüpfen hier. Und dann von hier oben vielleicht so ein bisschen rein. Oh, die haben aber dolle Bock hier, die Jungs und Mädels. Ei, 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 ei. Der killt mich ja gleich. Der hatte ja nur rote Angriffe gerade. Kär, wir müssen heilen. Oh, wir müssen heilen, Kär. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was mache ich mit dir jetzt? Oh Gott, was ist denn die Angriffs-Kombo gerade? Ich dachte, das ist ein Läppescher. Uh, ich dachte, das ist ein Läppescher. Aber der hat ja mehr Bock als die letzten 100 Gegner. Uh, 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 uh. Junge, damn, son. Dann muss ich mich ja richtig konzentrieren auf den. Der packt gleich wieder random seine Gun aus, wenn ich nicht aufpasse. Das werden Sie bereuen. Aber ich passe auf, mein Freund. Zack, schön weg jetzt. Ja, und die Viper. Nice one. Nehmen wir den doch mit hier. Wow. Oh mein Gott, habe ich den unterschätzt gerade. Ich dachte, das ist einer von den ganz Läppischen am Anfang, ne? Ab und zu sagt er, ja, ach Junge. Ich hau mal links, ich hau mal rechts. Aber der war im Zerstörermodus. Uh. Egal. Tot sind sie, die miesen Schweine. Was hätten wir hier denn? Sprengstofffass? Nein. Es hat gebrannt, ne? Wenn ich es jetzt nicht ins Wasser geschmissen hätte, dann hätte er es übel bumm gemacht. Siehe da. Ein bisschen Sprengstoff muss sein. Du, ich glaube aber, du kannst mir gar nicht weiter folgen. Dann nehme ich vielleicht doch lieber die EP mit, weißt du? So, dann machen wir hier einmal Licht aus und Feierabend. Jo. Ihr müsst nächste Woche arbeiten, dann auch vier Wochen Urlaub und die ersten zehn Tage geht's in die Türkei. Auch schön. Ja, manchmal ist Urlaub außerhalb vom Gaming auch ganz nett, ne? Muss man ja mal festhalten. Mehr Hühnchen, euch vertraue ich nicht. Jetzt verarschen mich die Hühner und die Druiden. Fürchterlich. Weg mit euch. Bam. Jawohl. Und weg mit dir. Bam. Und weg mit dir. Bam. So. Keine Gnade. KFC hat angerufen. Die brauchen wieder ein bisschen Nachschub hier in den Buckets. Das ist doch gut gelaufen. Oh, Flammenwerfer. Kann ich den schnell? Ne, der ist schon zu nah dran, ne? Boah. Slow-Mo rein. Nee, nee, nee. Dann schlachten wir erstmal den Bruder. Und bei dir haben wir einfach dein Schild geklaut, glaube ich, ne? Putz, da hast du es wieder, mein Freund. So. Na, das war doch ein Fight nach meinem Geschmack, ey. Wenn wir da beim nächsten Mal die Slow-Mo noch verbessern, dann gucken die aber richtig doof aus der Wäsche, ne? Hmm. Wenn ich so einen Flammenwerfer-Kollegen sehe, muss ich eigentlich versuchen. Die halten nicht so viel aus, ne? Gleich irgendwie Viper auf Range und Endstation. Was machen wir hier denn jetzt, Kerribeide? Ich glaube, du kannst dich gegenüber festhalten. Da steht schon wieder dieser Fischer. Junge. Was haben sie denn mit dem? Irgendwie beliebtester Begleit-NPC des Jahres oder was? Kann ich da ran? Können wir. Ja. Wir können hier oben weiter. Von das da sieht doch auch schon aus wie eine Abkürzung, oder? Vielleicht ist es Sinn, die erstmal zu holen, bevor ich da runter springe. Weil vielleicht komme ich sonst nicht wieder hoch. Ja, schau mal. Abkürzung freigeschaltet. Sehr gut. BD. Die Hütte hier, oder was? Schön ist das nicht. Ne, das sieht echt richtig räulig aus, ey. Berghütte. Auf der Suche nach Reichtum schwärmten Prospektoren aus und ließen überall auf Kobo, achso, sich nieder, ja. Da geglaubt wurde, der Berg sei ein Hort von Schätzen, waren seine Ausläufer rasch mit kleinen, praktischen Hütten übersät. Sie haben hässlich vergessen in der Aufzählung. Und wer warst du jetzt der Hausmeister? Oder, naja. Da hat man ja anscheinend bisher eh keinen guten Job gemacht. Dann kann man ruhig mal geschlachtet werden. Tolle Schlusssäugerung. So mögen wir das. Ich wollte aber auch da runter. Da sitzt auch noch ein Hühnchen. Ich glaube, da kommen wir auch easy wieder rum, wa? Dann nehmen wir das ruhig mit. Ja, hallele. Oh. Ey, Mann. Ja, so Kerl, mein Junge. Und ich so komplette Gesichtsbremse aus der Höhe. Hm, anscheinend wollen sie mich so rum nicht haben. Dann soll ich wohl von da dort rüber, wa? Kann ich das wenigstens machen oder ist das auch zu hoch? Das geht, okay. Ja, dann müsste ich von hier da rüber. Und dann kommen wir durch dieses Gewächs auch wieder hoch, nehme ich mal an. Hallo, Herr Hühnchen. Ja, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Kein Mitleid an der Stelle. Was will er hier denn angeln? Hör mal, hier ist doch nur Stein. Nach was angelst du? Ich jage den wilden Miefisch. Wusstest du, dass der Mie der erste Fisch war, den der kleine Skuva gefangen hat? Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Skuva ist geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Aha, dann ist er ja Experte, ne? Oh. Ist das so eine Art Wattwurm oder wie? Aha, er hat ihn schon. Kiste ist auf. Ach, gucke. Äh, Miefisch. Mhm. Kriege ich noch eine Erklärung zu dem? Kriege ich. Mal gucken. Äh, die sind aber auch wirklich hässlich, oder? Der Zwei-Zentimeter-Köpper. Der Miefisch ist ein Blender. Aha. Er präsentiert sich mit breiten Flossen und in grellen Farben, aber hinter seiner prächtigen Erscheinung verbirgt sich ein bösartiges, waghalsiges Raubtier. Das klingt definitiv nach einem Fisch für ein Aquarium. Sein Maul, das aus dem flachen Körper herausragt, ist gesäumt von hunderten kleiner, aber Rasiermesser scharfer Zähne, die die kleineren Fische förmlich zerlegen, von denen er sich ernährt. Zudem versucht er, bei denen Blut zu saugen, die ihn fangen wollen. Kein blankes Fleisch ist zu einem Miefisch sicher. Äh. Na gut. Prächtig und doch hässlich, ja. Da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Was haben wir hier denn noch? Ist das ein neuer Bart for me? Es ist eine Bomberhose. Aha. Na, die sieht in grün bestimmt auch nicht schlecht aus. Vielleicht müssen wir uns demnächst nochmal umziehen. Ich habe mir ja heute auch vor Versagen und vor Wut mehrmals eingeschissen. Und solange das warm ist, kann es ja ganz nett sein hier beim Klettern, Kerl. Aber wenn das dann trocknet, du, das ist nicht ganz so empfehlenswert. Wo hatte ich denn hier jetzt die Abkürzung eigentlich? Müsste die nicht hier irgendwo baumeln? Da ist sie. Ah, schau mal. Da baumelt sie. Wäre es dann sinnig, vielleicht jetzt unten nochmal zu speichern? Weil ob die Gegner hier resetten, das war eigentlich Jacke wie Hose, oder? Bitte sag mir nicht ein Glück, ey. Wenn der Bildschirm schon so ein bisschen schwarz wird, ne? Lass uns hier eine Pause machen. Da denke ich auch, nee, Junge. Bitte nicht, bitte nicht. Zack. Dann muss da noch einer mit einem richtigen Flachkörper kommen. Ja, Kursika, ne? Fände ich auch super. Oh, der jetzt wieder hier. Achtung. Achtung, Bats, Batsbeek. Den Endboss haben wir schon mal zersäbelt, Leute. Oh. Oh, schön nach oben. Ja, na, guck mal. Jetzt ist hier der Hausmeister bestimmt nochmal zu Gange, oder? Herr Hausmeister. Ja, wusste ich doch. Du räudiges Vieh. Oh, oh, was denn jetzt? Was soll denn die epische Kampfmusik jetzt? Du hast den Hausmeister getötet. Du musst weg. Gleich kommt Vader persönlich vorbei. Das war mein Lieblingshausmeister. Jetzt muss ich meine Mülltonnen selber rausräumen. Oh, nein. Oh, hat er mich schon gespottet? Hat er? Okay. Das ist ganz gut. Dann kann ich versuchen, von hier schon mal welche nach da hinten zu splitten. Aber leider habe ich nicht allzu viel Ausdauer für solche Manöver. Darum jetzt nochmal gucken. Ich treffe den da hinten, aber das stört ihn irgendwie nicht. Was ist das denn? Die sind cool damit, dass ich die so aufsplitte, oder wie? Jetzt ist sein Schild auch unten. Na, ich hüpfe mal rüber. So, ich sag mal, Hallöchen, Freunde. Und dann versuche ich mal, noch den zu splitten. Ja. Dann hauen wir die schnell weg hier. Das ist... Oh, oh, Hausbilder. Oh, ja, mein, ja, mein. Okay, Slomo. Das ist ja viel zu geisteskrank schon wieder gewesen, mein Batz. So, sehr schön. Dann gibt es hier eine Viper rein. Der hat das sogar überlebt, der Eumel. Okay, und du da hinten? Du dürftest nicht so viel können. Ja. Junge, das Worten schon wieder immer mehr. Wie kann das sein? Ich stelle da drüben und denke, gut, die vier, fünf Kollegen kriege ich hin, dann gehe ich hier rüber. Hausmeister Ausbildungsgelände ploppen dir aus dem Boden. Damn. Darum sollte man immer mit dem Unberechenbaren rechnen. Das Unvorhersehbare muss unser steter Begleiter sein. Was soll das hier? Das sind Wände zum Rumlaufen. Bringt mir das was? Da oben ist eine Kiste. Aha. Eine Kiste. Und was mache ich hier? Irgendwie am Rad drehen. Ah ja. Und dann vermutlich schnell durchlaufen oder rastet das? Ich muss einfach weiterklettern. Das rastet. Einfach schwimmen, Kerl. Ganz genau. So. Jetzt nur möglichst nicht brutal verrecken. Und hier einmal. Uhuhuhu. Boy. Der Plan war nicht brutal zu verrecken. Ich habe mich offenbar uneindeutig ausgedrückt. Ah, schau mal. So. Bam. Nehmen wir mit. Schrottplatz-Audiosensoren. Oh. Die gönnen wir uns aber sehr herzlich. Kann ich hier runter ohne zu verrecken? Ich habe so Angst bei diesen Sprüngen, ne? Manchmal gönnen sie, manchmal nicht. Um Gottes Willen. Mhm. Hier wimmelt es vor Imperialen. Das sind, glaube ich, keine Imperialen. Da wäre es, glaube ich, nicht unsinnig, einen von beiden zu übernehmen. Wie war das? So. Du willst mich beschützen. Ja. Kämpft, ihr Schweine. Boah, wie sie sich voll kotzen. Geil. Äh. Kotz mich voll, Beate. Yeah. Uuuhu. Hahaha. Dieser andere Fetisch, der hier abgedreht wird. Wirklich. Junge. Das war ja... Au. Geisteskrank. Okay. Sie werden nicht gern beobachtet dabei. Aber da müsst ihr... Da müsst ihr durch jetzt. Da müsst ihr durch. Ob das lange dauert, bis sie sich so töten? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch eine doofe Taktik. Aber in zwei davon reinzuspringen? Hm. Und so schwächen sie sich ja zumindest. Los geht's. Big Fights. Yeah. Es muss mehr gekotzt werden. Uuuuh. Das ist wieder ein Trauma. Aufgewacht von einem Video, das ich nicht sehen sollte als Jugendlicher. Oh ja. Manchmal schläft so ein Trauma. Und dann ist es in der nächsten Sekunde wieder hellwach. Oh, guck mal, der Hausmeister jetzt. Hier wird auch ein Verfolgekotz. Ja, Beate, ich will auch mal. Ah, John, verpiss dich. Wir mögen dich nicht. Boom. Nein, John. Aber er kämpft tapfer. John ist tapfer. Guck mal, er ist dabei. John gibt alles. Aber... Wird sich John behaupten können, Leute. Ist eine halbe Tierdokumentation, ne? Mhm, mhm. Was machen sie denn da? Was sind das jetzt für Manöver? Boom. Jo, das läuft. Es hört sich halt fast so an. Gleich und gleich streiten sich gern. Oh, wow. Danke für diese Trophäe. Es hört sich halt so an, als wäre hinter mir noch eins. Aber das sieht auch nicht so gesund aus, was sie da macht. Beate, geht's dir gut? Beate, das haben wir uns anders vorgestellt, wir beide, oder? Kann das sein? Ich glaube, ja. Aber jetzt haben wir sie alle schlafen gelegt, Leute. Jetzt ist alles wieder gut. Großartig. Was haben wir da denn noch liegen? Was ist das denn? Ach, das ist so ein Vieh. Böp. Da liegen hier noch mehrere von rum, oder was? Da auch? Ne, das war der falsche Move, Kerl. Irgendwas konnten wir da gerade noch rausziehen. Aber vielleicht natzen wir den erstmal weg. Und dann, Böp. Was gibt's da denn? Der hier ist hübsch. Ah, ein Klumpen. Du hast sie ermordet. Nein. Ihre kranken Fetische haben sie in den Tod getrieben. So sieht's aus. Darum sollte man sich davon distanzieren. Masturbation ist Mord. Da habt ihr es gerade gesehen. Oh, Junge. Oh Gott. Und das sind unsere Werte und Maximen, an die wir glauben wollen, Freunde. Lull. Da hoch. Aber warum sollte ich da hoch? Ist da auch wieder eine Kiste? Nö, nicht so wirklich, wahr? Aber wir machen's mal. High Ground ist immer eine gute Sache. Tod durchs No Snoo, ganz genau. Zu wenig. Ich sag's, wie es ist. Zu wenig. Okay. Das war jetzt auch nicht mein allerbester Sprung. Aber, Kerl, ich wollte da eigentlich ran, ne? Ja, guck mal. Da siehst du es. Der Junge geht ran. Schön hoch hier. Yes, yes. Na, das war da eigentlich ganz nett. Hm. Die Raiders haben dem Imperium Angst angejagt. Das könnte ziemlich hässlich werden, bitte. Okay. Darum quetschen wir uns jetzt durch diese Feldspalte und wir genießen es. Oh ja. Oh. Was war... Was ist das? Die Sächte ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Kommt jetzt irgendwas aus dem Häuschen raus? Das war da wie so ein Fauchengrad. Äh. Oh. Rollminen. Okay. Die fauchen zwar nicht, aber die sind trotzdem räudig. Verschwinde. Oh, das sind mehrere davon. Boy. Weg mit euch. Ja. Haben die hier einen Endlos-Spawn? Ich hoffe nicht. Sonst produzieren wir hier eine ganze Menge Schrott. Mhm. Wo bleiben eigentlich die Spinnen? Ey, das frage ich mich auch seit dem ersten Waldlevel. Aber es ist voll okay für mich, wenn die wegbleiben. Das wäre nett. Bist du auf dem richtigen Weg? Ich habe keine Ahnung. Schon, ne? So ein bisschen, also völlig falsch. Sieht das auf jeden Fall nicht aus. Soll ich da drüben rein? Ja, da ist irgendwo eine Kiste. Aber da unten vermutlich nicht, wa? Vermutlich da drüben vielleicht einfach rein dashen? Yo. Oh. Was ist das denn? Eine Energieleitung. Dafür hast du nichts dabei, oder? Aha. Dafür habe ich noch nichts. Uh, das neue Gerät geleakt, oder wie? Aha. Zack. Jawohl. Ja, eben war das kleiner Schwächeranfall beim Klettern, ne? Da hatte Kerl einfach ein Stück weit nachgelassen. Das ist so. Da hat er den weißen Handschuh bestimmt nicht geölt. Dadurch fehlte so ein bisschen die Schmierkraft, die es uns sonst erlaubt, solche Wallruns durchzuführen. Und hier haben wir einen weiteren Speicherpunkt. Ja, das war doch aber ganz nett eigentlich bis hierhin. Nur leider fehlt ein kleines bisschen für den dritten Fähigkeitspunkt, ne? Sonst hätten wir jetzt schon wieder skillen können. Na gut. Da konnten wir noch irgendwas betrachten hier. Ah ja, so. Ist das eine imperiale Fähre? Ich habe keine Ahnung, warum sie bei diesen schlechten Bedingungen geflogen sind. Willst du nachsehen? Klar, checken wir aus. Und das ist sicherlich unser Rückweg wieder, oder? Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. Ja, solche Sachen funktionieren selten direkt. Oh, was rollt denn da rum? Ist das wieder so ein Grasbüschel? Hallöchen. Ein Grasbüschel. Uh, okay. Rein in deine Freunde. Ja, kuschelt ihr Schweine. Hier ist Kuschelpflicht. Boom. Sehr schön. Zack. Na. Das war doch eigentlich nett. Vielleicht bewachen die irgendwas Cooles. Vielleicht sind die aber auch einfach nur Scheiße. Also, da muss man immer aufpassen hier. Zumindest haben wir jetzt unseren Fähigkeitspunkt. Na, da freuen wir uns. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Ja, ich auch nicht, gell? Ich habe auch dolle Angst, wenn ich das sehe. Das ist ja wie das Nebellabyrinth bei God of War hier. Wartet hier auch ein Schildkrötenhaus am Ende des Weges? Oh, was bist du? Nein, das ist so ein Mogu, ne? Oh, ne. Das ist so ein Mogu, glaube ich. Kann ich vorher schnell looten? Hast du was gefunden? Gut gemacht. Überwachungsausrüstung. Überwachungsausrüstung. Aha. Ein seismischer Detektor, der durch schwache Impulse verborgene Objekte findet. Ein unglücklicher Nebeneffekt war, dass er die lokale Fauna anlockte und wütend machte. Durch die Zeit und die Elemente ist er mittlerweile funktionsunfähig. Top. Können wir den nicht trotzdem noch auf den Kopf werfen oder so? Oh, da kommt er einfach, ne? Ob ich mich so ein bisschen, der sieht ja auch schlecht, wa? Ein bisschen verstecken kann, um wenigstens Stars Engage hinzubekommen. Aber das war auch nicht immer worse in der jüngsten Vergangenheit, ne? Nicht immer, aber vielleicht immer öfter. Lass mal gucken, ob das geht. Bisschen ransneaken? Ne, nicht so richtig, wa? Oh shit. Oh nein. Oh Gott, das ist gar nicht gut gelaufen. Ich sag's, wie es ist. Das war anders geplant, Leute. Das war anders geplant. Was sagst denn du zu meiner neuen Viper? Oh. Ja, gefällt ihm nicht so. Gefällt ihm nicht so. Boah, die Viecher sind so kacke, ne? Ich glaub, das war's, wenn ich jetzt Pech hab. Ja. Okay. Naja. Der Stars Angriff, der ist jetzt nur bedingt gut gelaufen, ne? Uff. Diesen Teil, den du gerade machst, konnte man aber schon früher machen, sobald man durch die grünen Wände kam. Ah, siehste. Den konnte man schon ein bisschen früher machen, ja. Ja, darum meinte Schmelke vorhin vermutlich beim Erkunden, ne? Ist er zufällig in die Main Story rein. Dann geht er natürlich recht zügig, ne? Sobald man ein schönes neues Gadget hat. Wenn man so ein Erkunder ist, dann geht das natürlich erst richtig los, ja. True. Guten Abend, läuft das Spiel eigentlich inzwischen besser oder sind die Performance-Probleme noch immer da? Kann ich dir nur bedingt sagen, weil ich spiel's von Anfang an auf PS5 und hatte da performance-technisch eigentlich keine Probleme. Da sie aber seit dem Release angekündigt haben, wochenlang zu hotfixen, gehe ich mal davon aus, dass das gut gelaufen ist. Weil ich zumindest nicht von weiteren Shitstorms irgendwie viel mitbekommen habe, ne? Aber, ja. Weil ich selber nicht viele Probleme hatte, habe ich mich jetzt auch nicht groß informiert nochmal. Hallöchen, ich bin's wieder. Ja, gib mal meine Macht bitte. Oh Gott. Da ist direkt noch eine Rollmine, oder wie? Ja, nimm den. Nimm den und lass mich leben. Oh, warum ist die denn... Was? Junge. Wie, wie sehr kann man mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Boah, Junge. Wie kann man mich denn so sehr hassen? Warum denn? Oh mein Gott, Junge. Oh, diese Rollmine. Diese Rollmine. Ich fass es nicht. Wie die ihn targetet und dann einfach auf mich switcht, Mann. Das gibt's doch nicht. So, bisschen rein. Bisschen weg und tot, ne? Nein. Arm ab. Sehr gut. Schnell Stimpack und schnell Slowmo. Nein. Kerl, warum denn nicht? Warum nicht? Die Zeit. Danke sehr. Huh. Ein Glück. Jetzt ein bisschen drauf da und bloß weg. Weiter weg. Weiter weg und noch ein Stimpack rein. Ja, schön auf Range bleiben. Oh, wir haben ihn. Huh. Ich hasse die Mogu so sehr, ne? Ich wusste, dass etwas faul ist. Oh. Aber dieser Minenbait war ja unglaublich, Mann. Ich wollte extra gucken, dass ich ein bisschen langsamer nach hinten steppe, damit die Mine ihn bekommt. Und auf einmal so, wait a second. Moku hinter mir. Mine vor mir. Ah, das war nicht so gut, ey. Er war immer der, der erkundet. Also erstmal alles erkunden und Nebenquests, bevor man weitermacht mit dem Main. Ja, da ist jeder anders, ne? Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und schön ist ja immer, wenn alle Seiten auf ihre Kosten kommen. Dann hat das Game immer schon mal gute, freie Möglichkeiten mit drin, würde ich sagen. Naja, Shanks-Cosplay hat er auch bekommen, genau. Wir sind ja durchaus hier, um unsere Gegner auch zu beschenken oder zu beschenksen in dem Fall. Ah ja, und hier haben wir was genau? Interessant. Einen Wattwurm, einen Priorit-Klumpen. War das alles in der Ecke? Das sieht fast so aus, wa? Das gibt's ja nicht. Bring die mich hier in die Ecke, um nen Mogu umzuroffeln. Zum Glück hatten wir davon noch keine zwei, ey. Aber gut, andererseits hatten wir heute drei Elite-Gegner auf einmal. Darum wird's mich jetzt auch nicht wundern, wenn als nächstes fünf Mogu kommen. Das war dann halt der längste Fight der Welt, weil ich immer warten muss, bis meine Zeitfähigkeit hier ready ist, ne? Meine fette Ulti. Und dann kann ich mal ein, zwei Hits setzen und ansonsten muss ich schreiend im Kreis rennen. Und hoffen, dass sie sich benehmen, Mann. Nicht die Mama. Ich hoffe, da gibt's ne Mod, dass die Mogu einfach dieses dicke, pinke Dino-Baby sind und dich dann vollkommen durch die Gegend schmeißen, ne? Mit so ner Bratpfanne noch hinterher. Das fände ich persönlich sehr wichtig. Der erste Angriff unter dem Einfluss von Verlangsamen hebt den Effekt nicht mehr auf. Ultrageil. Richtig B. Gucken wir uns mal an. So, Slow-Mo rein. Ja, oh wow. Wow, das hat mir heute schon einige Male den Arsch gerettet. Zumindest je nach Situation. Ob sowas dann den Kampf rettet, mhm. Ist immer schwer zu sagen bei mir. Manchmal, manchmal dash ich auch einfach noch in den Angriff rein und werde sehr, sehr dumm verwundet, wie bei dem Mogu gerade. Da ist mit Kenne deinen Feind auch hin und wieder Mann selber gemeint, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Was soll das jetzt hier? Da ist ein Teil der Plattform unter Strom, oder was? Das heißt, ich sollte da möglichst nicht ran? Ah, ich soll da gar nicht ran. Verstehe. Ich soll vermutlich eher da hoch. Ist das zum Wallrunnen? Auch nicht. Hä? Wait. Was wollen sie jetzt hier von mir? Irgendwas mit der Macht machen? Nee, sonst hätten sie es vermutlich angezeigt. Hier drüben rum. Oh, fehlt mir da auch noch eine Fähigkeit? Warte mal. Da ist auch rot, tatsächlich. Da ist auch rot. Das ist ja spannend. Das ist ja das selbe Ding, was BD vorhin oben gesehen hat. Mhm. Das ist vermutlich ne Abkürzung. Da komm ich auch noch nicht rein. Aha. Da ist aber ne Wand in der Luft. Wo ich aber auch nicht rankomme, oder? Das ist ja sehr merkwürdig gerade. Da brauche ich vermutlich auch das Teil. Aha, aha, aha. Das heißt, es muss doch irgendwo hier einen Weg durchgeben, oder wie? Was habe ich nun verpasst? Ach so, dass ihr gespawnt seid, habe ich verpasst. Bitte sagen wir nicht, ich muss den Moku nochmal feiten. Bitte sagen wir, es gibt hier noch irgendeinen anderen easy Weg. Da war jetzt alles rot, hätte ich nicht gedacht. Ja, hier geht es anscheinend auch lang. Okay. Möglichst ohne Moku, das wäre schön. Das ist scheiße gelaufen. Lulu, Lulu, Lulu. Das war nicht mein bestes Timing. Und das gebe ich gerne zu. Doch, es ist mir scheißegal. Yeah. Das war mein Kaktus-Lied. Copyright liegt bei jedem Kaktus auf dieser Welt. So. Dann sind wir zumindest jetzt um das Problem erst mal ganz geschickt drumherum. Und da ist auch noch Loot. Da steht einfach so ein Loot-Fass. Aha. Oh Gott, wie viele. Verdammte Familienfeier von Minen, oder was? Weg mit euch. Yes. Waren das alle? Ja, scheint so. Na gut, besser. Besser als die Mogu-Herde, die ich prophezeit habe. Weg mit euch. Fang. Ja, Mann. Wiede Menge Sicherheitsvorkehrungen, was? Wer wollte das wohl alles unter Verschluss halten? Ja, das muss ja jetzt wirklich der geilste Loot ever sein, oder? Putz. Unterlippenbart. Der Loot, bewacht von 700 Rollminen samt Achievement, ist ein Unterlippenbart. Okay. I take it. Kein Problem. Was haben wir hier? Abkürzung? Achso. Ne, doch keine. Uuuh, doch keine Abkürzung. Eher Anti-Abkürzung. Wollen wir den nehmen? Den Unterlippenbart? Seid ihr Unterlippenbart-Fans? Dann machen wir das natürlich. Hey, nicht schlecht. Junge, wie da einfach ein Skelett neben lag, ne? Ist irgendwer verreckt mit dem Teil? Ja, nicht schlecht. Super klar. Sehr einfühlsam. Dann lass mal schauen. Gerade Anpassung. Und Kerl anpassen. Unterlippenbart. Boah, sehen wir fürchterlich aus. Oh mein Gott, Junge. Diese geleckte Friese mit diesem Unterlippenbart. Ne. Dann können wir die Hose nicht wechseln, Kerl. Da hat man es auch verdient, wirklich sich dauerhaft einzuscheißen. Oh nein. Der Jumpscare. Der Jumpscare. Warum nur? Direkt Arm ab. Sehr schön. Lieber Arm ab als Arm dran oder so. Aber ich meine mich an die Erklärung zu erinnern, dass die das nur sehr bedingt bremst. Um nicht zu sagen, gar nicht. Weil der einfach immer noch zuhaut, wie nichts Gutes. Wie sogar der abgetrennte Arm leuchtet, wenn er hittet. Nein. Oh Gott. Wieso macht er jetzt sowas? Greif doch nochmal an. Ja, dankeschön. Sehr nett von dir. Da bleiben wir am Ball. Und dann müssen wir... Wie dieser Arm am Boden liegt und leuchtet. Ey, Mann. Auf sowas komme ich gar nicht klar. Was soll denn das jetzt? Junge. Das tut mir eigentlich leid, aber es ist auch sehr witzig. Boom. Sehr schön. Da haben wir ihn. Nice. Ja, macht sie irgendwie noch wütender. Da ist dann die Frage. Kann er überhaupt noch wütender werden? Macht das wirklich einen Unterschied? Ich fand sie jetzt chilliger. Ich fand den habe ich ganz nett gefeitet. Die Mami vom kleinen Karl bitte beim Jedi-Meister melden. Er möchte abgeholt werden. Er hat schon drei Haare unter der Lippe. Er ist jetzt erwachsen. Er ist jetzt ein wahrer Mann. Lull. Lauf, Schöner. Wir müssen weg. Hm. Die haben auch den Mogu kennengelernt. Weiter oben auf dem Berg treffen zwei Prospektorinnen im Nebel auf einen ausgehungerten Mogu, dem jede Beute in seinem Jagdgrund recht ist. Alma besagt Mord, wie wenn man das Herz zuerst killt. Oh nein, der XT-Dekonstruktor. Sind wir wieder in Ulduar. Er ist ein bisschen weit weg von dem. Er scheint müssen wir den Rest des Weges klettern. Von den Mogu. Aber gut, im Herzen immer bei uns, ne? Im wahrsten Sinne. Das sieht mir aus wie noch ein Lootbehälter. Aber wenn ich mich da runterfallen lasse, komme ich wieder hoch. Bestimmt irgendwie muss das gehen, oder? Keine Rollminen, die mich zerfetzen. Richtig ungewohnt heute. Entrücktheit. Okay. Weil so ein bisschen hat er schon alles gegen mich gearbeitet heute. Aber davon lassen wir uns gar nicht beirren. Soll ich da jetzt einfach hoch? Ist es so einfach? Tatsache. Naja. Das nehmen wir doch mit hier. Kleine Abkürzung frei. Ah ja, das ist jetzt die Verbindung. Das hier ist sicherer als zu Fuß, Kerl. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen von Sicherheit, aber das ist in Ordnung. Man muss ja auch mal gedanklich ein bisschen auseinander gehen, oder? Schauen wir mal. Was haben wir hier Leckeres? Wir haben keine weiteren Fähigkeitspunkte. Das wäre aber auch ein bisschen zu früh dafür, dass ich gerade drei ausgegeben habe. Da wollen wir ja mal nicht völlig übertreiben hier. Er war so wütend, dass sogar sein toter Arm geleuchtet hat. Das ist ein sogenannter Armleuchter gewesen, ja. Gucke. Das greift hier wieder ineinander über. Diese Wand müssen wir stoßen. Ja. Achso, damit wir da weiterkommen. Ja, clever gemacht hier. Man könnte meinen, das hat System, ne? Als hätten die Entwickler wieder mitgedacht. Was sehen deine Elbenaugen, Truppler? Nicht mehr so viel, ne? Naja. Das macht nichts. Ihr habt ja eh nichts mehr gesehen. Jetzt ist halt alles schwarz. Scheiße. Scheiße. Wissen wir, was die Raiders aus dem Brack gestohlen haben? Was sie auch gestohlen haben, du darfst es nicht wissen, ist das klar. Nur autorisiertes Personal kennt die Frachtliste des Schiffs. Ja. Sir, wie konnte das passieren? Genau das will ich herausfinden. Das sind viele, ey. Das sind viele. Uuuuh. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Bam. Schön weggehauen. Bisschen aufsplitten. Ja, ja, ja. Wir gehen gleich in die Slow-Mo rein, würde ich sagen. Damit wir denen hoffentlich aus dem Leben treten können. Vielleicht noch den Dicken hier kriegen. Ja. Nein. Ah, dieses... Dieses Fitze-Leben. Ich raste aus. Zack. Dich hauen wir weg. Dich hauen wir weg. Ja, Big Slow-Mo gewesen. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Oh, das ist einer mit dem Elektrostab. Ey, ich will keine Probleme mit der Polizei, okay? Uuuuh. Verteidige mich. Wat? Du kriegst jetzt erstmal noch eine in die Fresse. Und dann gehen wir aber ran hier. Oh, und dann gehen wir aber weg. Huuhu. Die haben natürlich gut Rüstung, ne? Die haben Leben hier, die Eume. Oh, oh, oh. Aber... Ich habe die Technik. Bitte, schnapp ihn dir. Cool. Ziemlich großer Trupp, nur um eine Fähre zu sichern. Hier gibt es sicher etwas zu finden. Imperialer Offizier. Ey, wie sieht er denn aus? Lord Helmchen mit Sonnenbrille, oder was? Der Rang des imperialen Offiziers ist in der Führungshierarchie des imperialen Militärs allgegenwärtig und existiert neben anderen spezialisierten Titeln wie Einsatzleiter. Der Dienstgrad jedes Offiziers ist an der Anzahl und Farbe der Rangabzeichen erkennbar, die sich meist, allerdings nicht immer, oben links auf seiner Standard-Tunika befinden. Verstehe. Das ist ja nett. Angriff abgewehrt. Oh ja. Totalausfall, würde ich sagen. Das ist ja doof jetzt. Na gut. Habe ich mir schlimmer vorgestellt, den Fight. Aber wenn wir eine Ulti-Ready haben, dann ist das ja nicht umsonst die Ulti, ne? Das war schon ganz nice. Ich würde es feiern, wenn du weiterhin den abgetrennten Arm attackieren kannst, um ihm HP abzuziehen. Das wäre mal krass, ne? Wenn er noch verbunden wäre mit ihm und dann schießt er einfach auf diesen Arm. Boom. Ja. Big Place only, Leute. Was machen wir hier denn jetzt? Hm. Wie kommen wir von hier jetzt weiter? Soll ich hier einfach durch? Oh Gott, wirklich? Tödlich? Hm. Na super. Ja. Jo. Bisschen kuscheln, okay. Mhm, mhm, mhm. Na gut. Dann klettern wir mal. Kann ja nichts passieren, oder? Ja, ist ja alles hier enormt. Oh. Genormt tödlich anscheinend. Böp. Jo. Läuft bei uns. Immer diese Gallagherz. Oh nein, wie traurig. Ja, nicht ihr bester Tag, ne? Wir fliegen jetzt einfach los damit. Leichte Gebrauchsstuburen. Stububburen. Stubbide Bade. Ah, das willst du. Für dich, Kumpel. Aha. Was wird das? Oh. BD. Ja. Verschwinden wir. Damn. Na gut. Eine Art Elektrifizierung. Identifizierbarer Pfeil? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. Ich glaube, die Beschreibung ändern wir direkt zu starke Gebrauchsspuren. Elektro Pfeil freigeschaltet. BD1 kann jetzt einen Pfeil abschießen, der bestimmte Objekte überlädt. Durch den Pfeil von BD1 lassen sich zudem gegnerische Druiden außerhalb des Kampfes leichter hacken. Oh. Das ist ja cool. Das ist ja richtig big. Und damit können wir jetzt sicherlich an die, genau, an die Teile dran, wo eben noch nichts ging, ne? I see. Schaffe ich es von hier darüber? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber, oh, da ist sogar eine unsichtbare Wand. Na gut. Dann muss ich wohl nochmal zurücklaufen, war? Oder kann ich an das Seil springen? Geht sowas? Auch nicht, war? Nee, ist zu weit weg. Ja, es muss ja probiert werden hier. Ganz klar. Hier konnte ich auch hoch. Gelingt es damit vielleicht? Auch eher nicht, oder? So. Ist halt sehr einladend gemacht, ne? Ist ja einladend. Ich will da ran, aber es soll nicht sein. Tja. Die Abkürzungen sind meistens, um dich wieder zum Speicherpunkt zu bringen. Ja. Leider übersiehst du das oft. Das ist wahr. Ja. Das ist wahr. Drücke unten, um BDS-Visier aufzurufen. Da ist so ein Elektro-Ding. Und da kann ich wechseln. Ah ja. Und mit R2. Also ich kann auch nochmal zielen und dann bumm. Oh, nicht schlecht. Boah, jetzt können wir bei BD auch noch wechseln. Zwischen diesem Elektro-Pfeil und unserem Pinkeln, ne? Weil da können wir das auch irgendwann kombinieren, dass wir dann Elektro-Pfeile pinkeln. Da wird es richtig interessant. Böp. Nice. Jetzt haben wir hier unseren Rückweg. Aha. Oh, wer sabbelt denn hier rum? Wer sucht denn jetzt Stress? Seht euch das an, sagen sie. Ja gut, auch wenn sie bisher nicht viel gesehen haben, können sie jetzt natürlich eine Menge hören. Wenn wir hier irgendwelche elektrischen Teile umprogrammieren, ne? Da geht natürlich ins Ohr und bleibt im Kopf. War nur der Wind. Ja, ja. Der Wind schreit hier rum und schießt Elektro-Pfeile. Ganz gefährlicher Wind heutzutage. So, warte. A, B, D und da jetzt, ja, so schießen. Du musst die Flugbahn justieren. Ach so. So. Hey. Und da haben wir jetzt diese Türmchen gedreht. Ach so, der die Wand dann so hier rüber zieht. Aha, da muss ich dann gleich on the run irgendwie drauf oder was? Warte mal. Warte. Nochmal ein bisschen zielen. Ja, warte. Pöp. So, zack. Sehr gut. Und dann fahren wir jetzt mit der Wand so ein bisschen mit, ne? Wenn die jetzt zurückfährt. Warte. Jetzt. Ja. Na ja. 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 Nice. Das sah zwar nicht schön aus, aber es hat funktioniert. Und ist nicht das das Allerwichtigste? Ich würde sagen, ja, den können wir doch vielleicht so aus der Stuhlneid wegruppen, oder? Der sieht nicht so aus, als wäre er besonders wachsam. Mein Freund. Grüße dich. Oh, das ist ein Raketenwerfer. Kann das sein? Ich glaube, das sehe ich richtig. Oh, scheiße. Ja, doof für ihn. Tschüss. Junge. Kein Problem. Berühmte letzte Worte. Auf Wiedersehen. Schön. Und wieder direkt beim Speicherpunkt. Ich finde das so klasse, wie die Level-Designer das hinbekommen haben. Das ist echt gut. Ja. Also, auch wenn ich nicht alles sehe, aber das, was ich mitbekomme, ist immer richtig schön verbunden. Das ist echt super. Da unten steht ausnahmsweise nicht unser Kumpel mit dem Schiff, oder? Das ist ja als nächstes ein Mogu-Angel. Der Tiefsee-Mogu, der muss auch in unser Aquarium. Oh, das ist so ein Schrottbott. Oh, aber, der lenkt mich direkt, oh shit, in so einen Druiden rein. Aber der wird dich nicht schützen können, mein Freund. Der wird dich nicht schützen können. Zumindest nicht auf Dauer, weil der ist ein bisschen langsamer, der Kollege. Das heißt, mit dem, oh, hätte ich arbeiten können, aber leider hat er mich nochmal erwischt. Das bleibt nicht aus. Wo ist jetzt der Bot hin? Der hat sich verpisscht und heimlich, ne? Den hätte ich erst wegfokussen müssen. Na gut. Der verdammte Sammler. Wollt er mich in eine Falle locken, ne? Haben die zusammengearbeitet hier. Die Bot-Freunde. Frech. Die graben sich dann ein. Anzeige ist raus. Der hat bestimmt keine Grabungserlaubnis hier. So kriegen wir den. Verpetzen wir beim Imperium, dann gibt's richtig auf den Sack. Was war da? Ah ne, untersuchen. Da oben ist was. Wow. Äh, danke für diese tiefgreifende Untersuchung. Hahaha. Da wäre ich nicht drauf gekommen. BBF Best Bot Friends. Ja, genau so. Genau so wollen wir es in Erinnerung behalten. Was kommt hier jetzt? Schönen guten Tag. Ist hier auch etwas? Kann das sein? Kerl, du musst aufpassen. Hier könnte was sein jetzt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die Marlhöhle. Marl. Ja, Lagertanks. Die verrosteten und längst verlassenen Lagertanks auf dem Berg dienten zur Wasserspeicherung und dem Abpumpen überfluteter Bereiche durch unzählige miteinander verbundene Rohre. Das wäre toll. Darf ich in solchen Rohren rumkriechen bestimmt, oder? Weil ich der röhrig bin. Geht das so schneller oder wenn ich jedes Mal ziele? Ich glaube, es ist schon besser, mit dem Zielen zu arbeiten, auf lange Sicht. Ich glaube, da... Wollte ich sagen, Standwehr. War schon mit den Regeln. Okay, ja, ich wollte euch eh nicht zuhören. Da könnten wir schon rüber. Da geht es auch weiter. Da geht es aber auch rüber. Das sind zwei Wege. Aha, na, dann nehmen wir erst mal den, würde ich sagen. Der sieht ja doch ein bisschen interessanter aus. Hallöle. Was haben wir hier denn? Oh nein, das ist wieder so ein Parcours. Oh, ich habe so Angst, dass das Game crasht. Ich möchte das nicht. Vielleicht kommen wir auf dem Rückweg nochmal vorbei. Das hat mir nicht gefallen vorhin. Das hat mich ein bisschen traumatisiert. Oh, komme ich von hier da rüber? Nee, vermutlich nicht. Nee, so weit schließen die Dinger nicht. Da ist nochmal Elektro. Damit sind wir aber, glaube ich, hergekommen. Ja. Aber gegenüber war noch so eine Machtessenz, oder? Irgendwas schönes Leuchtendes war da noch. Aber wie komme ich an dich denn ran? Hier rüber vielleicht? Hm, und jetzt da lang. Ja, das müsste schon sein, wa? Wenn wir jetzt hier lang gehen. Die oben lassen, jawohl. Und dann, ah, haben wir die wenigsten. Na, guck mal. Sehr schön. Noch viel Spaß, bin jetzt im Battle. Morgen um sechs klingelt mein Wecker. Pyro, gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Oh, Gesundheit erhöht. Sehr, sehr big. Na, das nehme ich echt gern mit. Wenn das Spiel ab und zu speichern würde, wäre es ja kein Stress. Ja, aber so bin ich jetzt ein bisschen traumatisiert. Das ist beim nächsten Mal aber bestimmt schon wieder vergessen. Und dann wird er schön blindlings in jeden Scheiß rein engaged, Junge. Aber jetzt würde ich ungern nochmal da vorne stehen. So, hier waren doch irgendwelche Truppen. Hallo. Oh, da sind sie ja. Die sind aber auch alle nicht besonders aufmerksam, wa? Kann ich da auch einen wegstärken? Oh, kann ich nicht. Aber den hier kann ich, glaube ich, machen. Ja, das war doch eigentlich ganz nett. Den schubsen wir runter. So, und dich auch, oder? Oh, wait. Ich habe keine Macht mehr. Dann töten wir dich nochmal. Na. Das war da aber ganz lecker. So. Da steht auch direkt einer. Hallo. Jetzt liegt er. Ja, vom Stehenden zum Liegenden. So ist es. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal. Du hast mir ein bisschen zu viel ausgehalten. Das war wieder so ein Schulterträger. Ein Baby-Offizier. Aber mit denen komme ich zumindest klar. Das ist doch nett. Jetzt haben wir hier wieder eine Plattform. Die kann ich noch nicht aktivieren, oder was? Böp. Die hat nicht so Bock. Oh. Da müssen wir nämlich draufgehen, wollte ich sagen. Wir hatten ja Fahrstühle. Da muss sie einfach drücken. Und wir haben welche. Da sind wir wieder beim Speicherpunkt. Jawohl. Und wir hatten welche. Da muss sie einfach raufgehen. Oder die hatten so einen Knopf in der Mitte zum Aktivieren, ne? Der hat hier sogar so eine Knopfplatte. Aber die ist nicht so richtig benutzt. Da brauchen wir einfach raufspringen. Mit Gewalt. Was hat BD denn? Was wollte er sich angucken? Das hier? Hübsch. Guter Fund, BD. Ja. Inspektoren selber. Kann ich den von hier maybe hacken mit unserer neuen Fähigkeit? Warte mal. Aber die Gefechtseffizienz ist entsprechend reduziert. So. Diese Logik ist vernünftig. Jetzt ist er gehackt, oder? Dachte eigentlich, der greift den Kollegen jetzt an. Aber nö, der macht lieber einen gechillten. Das ist auch okay. Für mich ist das cool. Ich sag's, wie es ist. Muss nur schauen, wie wir hier jetzt weiterkommen. Ich fürchte fast gar nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt runter. Hauen da rüber. Hauen den weg. Und der müsste sich ja jetzt benehmen. Ja, du bist einfach ein Netter, ne? Wir beide, Bro. Wir beide gegen den Rest der Welt. Bist du dabei? Und der geht einfach woanders hin. Nun gut. Wobei ich auch im ersten Teil schon gesagt habe, nach dem Hacken wäre eigentlich sinnig, den noch eine zu verpassen und die EP mitzunehmen, wa? Aber der war jetzt so gechillt, Bruder. Der muss man auch mal gönnen, finde ich. Man muss auch mal gönnen. Die Kindheit Paranoia. Boss erscheint. Erstmal Spiel speichern. Inventar checken. Moment, hab ich gespeichert? Ja, schön die Paranoia, ne? Fühle ich. Fühle ich. Oh. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Oh. Das sieht aber gar nicht gut aus. Da müssen wir auch mal eine Rollmine reinpfeffern, wa? Oh, so viele Soldaten auch. What? Aber da oben, da rechts auch. Wir können das bestimmt irgendwie manipulieren, das Schlachtfeld. Dann testen wir das doch mal. BD, guck mal. Da oben war der Zielen. Ja. Richtig zielen, dachte ich zumindest. Kommen wir da gar nicht hoch, oder was? Wie weit soll ich da noch hoch? Anscheinend nicht so ganz. Vielleicht nehmen wir dann erstmal den hier. Der sieht ein bisschen einfacher aus. Zack. Zack. Ja. Das macht was? Ah, das bringt mich hoch. Aha. Sehr schön. Ja, das setzt sonst von der Kamera her. Nämlich nicht so hingehauen, wie wir uns das gewünscht hätten. Geht's hier auch noch rum? Da ist doch zumindest eine Laterne. Wat würzen hier? Aha, aha. Guck an. Ich schätze, so einfach komme ich da dann nicht rüber. Ich müsste dieses Ding treffen. Aber geht das von hier? Reicht das? Irgendwie ist genau der Stein davor, oder? Als dass wir es jetzt treffen könnten. Auch wenn die Linie gerade blau war. Glaube ich, das ist nicht so geil. Aber das muss doch vom Jump her reichen. Ja. Kann ich die jetzt auch aufhacken mit dem Strahlen? Das können wir nicht hacken. Ach, nein. Wie schade. Das ist aber auch hier so eine Antenne, BD. Da können wir auch was gegen schießen. Keine Lust. Naja. Wir waren stets bemüht, wa? Manchmal ist es ja auch der Versuch, der zählt. So. Jetzt haben wir den angemacht. Sagen wir nicht, jetzt ist die Kiste offen. Scheiße. Ja, hatte ich doch recht mit der Antenne, ne? Jetzt ist die Kiste offen. Ich raste aus. Oh, strukturierte Gummis. Ach, guck an. Schön der Nachttisch deiner Mutti gelegt hier heute. Finde ich ja sympathisch. So, Kindheitstrauma-Ängste habe ich gerade im neuen Zelda. Gibt damit nicht in der Mechanik, die mich komplett getriggert hat. Schreibe ich mal, wenn du da bist. Ja, sehr gern. Ich glaube, speichern müssen wir jetzt nicht nochmal. Sondern wir jetten da jetzt einfach rüber. Versuchen wir es von einer erhöhten Position. Jawohl. Es gibt weiterhin höchste Alarmbereitschaft. Gruppe Delta und Epsilon, melden Sie sich in der Hangerbucht. Rechnen wir mit einem Angriff? Ruhig bleiben, Truppler. Sind es die Raiders? Ja. Wir haben Berichte über Truppenbewegungen auf dem Mond und in ihrer Basis. Wenn dieser Raiders-Abschaum irgendwas versucht, zerblasen wir sie zu stauben. Genau, mach das mal. Überbrückung der Andock-Klammern. Die Freigabesteuerung für angedockte imperiale Jäger wird von der Einsatzneitung bedient. Sie kann jedoch auch über die manuelle Überbrückungskonsole neben dem Klammermechanismus erfolgen. Dafür sind spezifische Freigabecodes nötig. Ich habe da auch so einen spezifischen Code. Der nennt sich Leckt mich, Leute. Der fällt euch jetzt einfach auf den Kopf, der Jäger. Aber von hier will er auch noch nicht so richtig. Hm, vielleicht müssen wir eine kleine Rundreise drehen? Oh Gott. Jetzt machen sie es aber spannend, ne? Jetzt wollen sie es aber wissen für das eine nice Manöver hier. So. Sind wir drüben. Und jetzt muss es von hier eigentlich gelingen. Ja, da war es schon blau, der Spoiler. Hui! Wieso wissen die, dass sie angegriffen werden? Hä? Das war ein Betriebsunfall. Guck mal. Da liegt er. Platt wie eine Briefmarke. Ist er auch mal schön, oder nicht? Anstatt sich zu freuen für den Kollegen. Vielleicht war das schon immer sein Traum, weißt du? Und jetzt sowas. Tja. Ich glaube, mehr Optionen haben wir nicht. Jetzt sind es aber auch nur noch ein paar Dullis, oder? Da hinten in der Ecke. Ja. Oder lohnt es sich, das normal zu hacken? Ziehe ich den dann wieder hoch und lasse ihn immer wieder runterfallen? Sieht nicht so aus. Hätte ich ja witzig gefunden, hör mal. Aber anscheinend die Kollegen nicht. Bupp. Moin, Freunde. Was geht bei euch? Wie machen wir das am besten? Ja, einfach rein, oder? Nach und nach. Bisschen aufsplitten. Okay. Das war jetzt nicht so viel taktische Planung. Oh Gott. Oh, das sind aber einige jetzt. Oh, scheiße. Uhuhu. Hm, wie machen wir das denn? Ich würde sagen, wir hauen erstmal hier so ein bisschen rein. Warten, dass einer mit dem Schild vorkommt. Klauen das Schild, schmeißen das zurück. Hauen den dann weg. Jawohl. Oh, das ist viel, was hier fliegt. Das ist sehr viel, was hier fliegt. Aber kriegen wir hin. Nicht so wild. Gesplittet. Nächste Granate. Könnt ihr behalten. Das war gut. Gut, dann ist es nur noch... Oh. Zweimal Raketenwerfer. Okay, das habe ich ein bisschen spät gesehen, könnte man jetzt sagen. Aber noch haben wir Macht. Der lädt ganz in Ruhe nach, Junge. Denkt sich, was soll passieren? Oh Mann. Oh, es geht noch weiter. Scheiße, es geht noch weiter. Er unterstützt den Aufständischen. Mhm, mhm, mhm. Pass mal auf. Wir gehen mal in die Slow-Mo. Kann ich Infight auf BD wechseln? Kann ich nicht. Schade. Dann müssen wir aber trotzdem mal in die Flammenwerfer-Dudes hier rein. Und dann in den Kollegen. Ja. Ich hoffe, die fallen aus. Ja, du gehst nämlich... Oh, ziemlich steil nach vorne. Und gleichermaßen mies auf den Sack. Aber wenn wir da einmal richtig durchbrechen, dann sieht das eigentlich ganz geil aus, wenn ich ehrlich bin. So, einmal noch. Komm, schön. Jetzt kann BD auch rein, hoffe ich. Nicht? Ja, doch, er war schon drauf. Er war schon drauf. Aber für die da oben müssen wir, glaube ich, weiterhin halbwegs sinnig reflektieren hier und aufschlitten. Ja, hau ihn weg. Nein. Er ist einfach gesprungen und hat den fetten Angriff gedodged. Das gibt's ja nicht. Oh Gott. Das ist hier auf einmal von allen Seiten hier. Dafür habe ich wieder nicht die Ausdauer. Ja, natürlich benutze ich Stimpax. In welcher Welt lebt ihr, dass ich keine benutzen würde? Wo kommen noch mehr? Oh Gott, genau durch die Mitte. Lieber Kampfdruide, hilfst du mir? Hast du... Oh, wie viele? What? Bam! Yo! Oh, dieser Move, wenn der richtig sitzen kann, ne? Ist einfach nur Premium. Ich sag's, wie es ist. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, das ist alles nicht schön. Hm. Dich holen wir mal weg gleich. Ja. Ich versuch mal, erst den Kleinkram hier zu erledigen. In der Hoffnung, dass mein Droidenfreund mir helfen kann. Und dann gibt's nochmal so eine... So eine Viper rein. Oh, hab ich zumindest gehofft. Wie er mich schon wieder weckt ist, Mann. Unnützes Ausweichmanöver. Das ist nicht nett. Mein Angreif wurde gestorbt. Das ist nicht nett. Zu langsam, zu nah dran. Oh nein. Oh nein, das ist gar nicht gut. Die gönnen mir ja überhaupt keine Pause, um mal zu reagieren. Einer gönnt immer Melee, einer gönnt immer Range. Ne, das ist nicht cool. Ja, dann mach doch auch mal was, bitte. Dann... Jetzt, hau rein. Ja, war ein wenig kaputt. Sehr gut. Sehr gut. Und vielleicht gehen wir auch hier einfach mal in die Slow-Mo. In der Hoffnung, dass ich so ein bisschen was reißen kann. Ja, im Zweifelsfall alte Wunden auf. Zack. Bisschen mit der Viper rein hier. Ein Arm ist schon mal weg. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Der kommt angecharged, aber den einen haben wir gleich. Da muss ich ja jetzt auch nicht zimperlich sein, weil die kann ich ja eh nicht hacken, meine ich. Okay, das war gut soweit. Einmal rein. Oh, Junge, der Schaden, ne? Oh, Junge, der Schaden. Ja, noch, Bruder. Aber dafür muss ich weiter auf Range. Das lohnt sich ja sonst gar nicht hier, ey. Jetzt ein bisschen drauf und dann schnell wieder weg. Oh, Big, was ist jetzt? Da hat er erst mal einen Verschnaufer gebraucht. Gehen wir jetzt noch mal in die Range Viper rein. Und ich glaube, damit können wir ihn ganz gut besearchen, ey. Zack, jawohl. Okay. Sehr gut. Hätten wir ein bisschen mehr Ruhe gehabt, beziehungsweise nur einen davon, dann hätten wir diese Taktik fahren können, mit erst mal ihre Armgelenke schwächen, ja. Aber so ging es auch. Huh. Das war intens, ey. Das war intens. Sehr cooler Fight gewesen. Mega Gegnerauswahl. Und sogar der Droiden-Hack hat sich gelohnt, ja. Nice, nice. Und ich habe sogar noch ein Stimpack über, Leute. Ich glaube es ja nicht. Dann gehen wir jetzt auf diesen absolut nicht unheilvollen Aufzug und gucken mal, wo der uns hinbringt. Oh. Jo. Gar nicht verdächtig. Da stehen schon die Nächsten. Wollte mich verarschen. Gönne mir jetzt keine Pause. Echt nicht? Was wird das hier? Hello? Was? Stehen bleiben. Ich lasse niemanden durch. Ich, ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast. Je die Abschau. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 Zentimeter imperiales Stahlglas. Oder? Die Strukturwerte zeigen an, dass wir völlig sicher sind, Sir. Zauberei. Meine Analyse ergibt sogar, dass ein Eindringling es unmöglich bis hierher geschafft haben kann. Was? Er ist da drüben. Zweifellos eine fotorezeptive Fehlfunktion, Sir. Du verdammter Kurzschluss. Du wirst uns noch umbringen. Äh, Sir, haben Sie Wartungsbedarf? Ruf einfach Verstärkung. Hey, Mann. Oh, wow. Gesehen bleiben. Ich lasse niemanden durch. Ich, ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast. Je die Abschau. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 Zentimeter. 15 Zentimeter imperiales Stahlglas. Oder? Die Strukturwerte... Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte... Was? Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das... Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Okay, cool. Dankeschön. Zum Glück bin ich nur irgend so eine Projektion, ne? Müssen die sich keine Sorgen machen. La, la, la. Die Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Cool, das sind wirklich so Gänge, wo mal ein kleiner Vader um die Ecke kommen kann, wa? Hm, gefährlich, Bruder. Gefährlich. Wo sollen wir jetzt weiter? Da ist irgend so ein Ding für unsere Elektrofeile. Ist bestimmt ein bisschen tricky mit dem Timing, wa? Mit diesen... Aha! Ventilatoren und Rotoren und Motoren, Junge. Zack. Aber haben wir gut im Griff. Einmal rüber. Ja, der Hausmeister hier. Der ballert aber ganz ordentlich, ne? Wenn man sich die Böden anguckt. Da kann es sich aber drin spiegeln. Was wollte er denn scannen? Hier irgendwas? BD? Äh... Okay. BD ist jetzt selbstständig, Junge. Er ist jetzt selbstständig. Er wird so schnell erwachsen. Er wollte das hier schon hacken. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Sehr gut. Dann ist das bestimmt keine Falle. Eine weitere Abkürzung freigeschaltet. I see. Habe ich irgendwo einen Speicherpunkt übersehen? Ne, da wäre noch eine Kiste gewesen. Da vorne sollen wir rüber. War gut. Dann finden wir mal raus, ob das so einfach geht. Rick, der Tür... Was? Lass mich hier auf! Ey, was? Okay. Danke, Rick. Danke für deinen Auftritt. Wir werden dich in guter Erinnerung behalten. Rick, der Türtechniker. Ice here. Einer der epischeren Kämpfe. Muss man so sagen. Und ich wünschte, wir hätten einfach nur Freunde sein können. Aber manchmal ist das nicht drin, ne? Ich habe den am Leben gelassen, weil ich sehen wollte, ob was passiert. Leider nicht. Man muss ihn einfach umhauen. Schade. Ich mochte Rick. Er war mir sympathisch. Ich weiß nicht, ob diese Garnison einen Angriff der Raiders übersteht. Ich weiß, ich weiß. Aber wen hättest du gerne als Gewinner? Einen Rancor? Oder einen Gundak? Erinnert an diesen einen Boss aus Borderlands, der runterfällt, sich das Genick bricht und dann kannst du ihn einfach looten. Das war ähnlich schön. Aber du kannst auch an ihm vorbeilaufen. Okay. Du kannst den BQ Boss einfach skippen. Wow. Ja, aber sowas kennen wir doch, Kerl. Oder? Habe ich noch irgendwas auf der Map hier? Nee, na? Nichts zu übersehen. Nun ja. Jetzt werden die Türen oft klemmen. Das stimmt. Aber die sind ja sowieso ein bisschen verklemmter hier. Darum glaube ich, das passt schon. Boah, jetzt sind wir oben auf dem Gipfelkamm. Das ist ja toll. Ob ihr gleich eine riesige Bombe runterrollt? Bisschen Mario-Feeling. Oh, wow. Das ist ein weiterer Weg nach unten. Wir sind so weit gekommen. Wow, Junge. Wat eine Aussicht. Das ist ja wieder sehr geil. Und wir im Kaktus-Outfit, ne? Damn, son. Weit sind wir gekommen. Viel wurde gelitten heute. Und ich höre Pew-Pew. Feinstes Pew-Pew. Und hier war der Punkt, bei dem ich gecheckt habe, dass ich die Main-Story spiele. Irgendwann erfrischte es jeden. Oder wie war das? Okay, krass. Das ist aber eine ganz schöne Menge Pew-Pew. Guck mal da oben. Kinder, kommt mal raus. Es ist Kriech draußen. Wieso geht das gerade nicht so? BD, jetzt. Aha. Da wollte er jetzt erzielen. Verstehe. Aber wenn das das Ergebnis ist, dann ziele ich den ganzen Tag für dich. Ausgezeichnet. Und ich glaube, dann ist das auch gerade erstmal ein guter Punkt, gerade nach diesem heftigen Bosskampf. Um vor heute erstmal Schicht zu machen. Weil, das klingt so, als wartet da eine Menge böser Stuff. Oh, was für eine Aussicht. Was hätte dir gefallen, Jaina? Oh, sie ist noch bis hier hingekommen. Und dann verendet. Das Ende der Reise. Wie schön, dass da richtig sofort laufende Geschichten hin und wieder erzählt werden. Vorhin in der Höhle ja auch, ne? Da hatte ich zwar überwiegend andere Sorgen, aber diese Jedi-Story, die da nebenbei gedroppt wurde, das war schon nett. Nachdem eine Prospektorin auf der Suche nach Schätzen endlich den Berggipfel erreicht hat, genießt sie die Aussicht und denkt über ihre Reise nach. Hat ein bisschen zu viel nachgedacht, ne? Einfach das Gehirn explodiert. Wir sind unterwegs zum Observatorium. Bin schon unterwegs. Yo. Wie aktiviere ich den hier? Ist ja auch irgendein Skibbidi-Dip, oder? Na, vielleicht hole ich erstmal hier den Punkt, bevor ich irgendwas Skibbidi-Dippe. Für die Sicherheit, dass wir den erstmal haben. Ja. Fahrstuhlboss, ne? Erstmal speichern. Ja, ja. Man lernt ja dazu, Freunde, aus den verschiedensten Ecken. Da muss man sagen, das Spiel ist sehr lehrreich auch, ne? Schön. Ist das jetzt der, wo vorhin die Plattform fehlte? Das ist aber ein interessanter Aufzug. Aha. Mal gucken. Vielleicht bringt er uns auch jetzt in eine Höhle mit 10 Rancorn, ne? Könnte auch sein. Mr. Rancor-Rancor. Wir fahren aber lange. Junge, richtige Einschienenbahn hier, wie bei Simpsons. Monorail, Monorail. Die Haare wehen im Wind. Der Kaktusanzug sitzt. So weit sind wir gefahren. Uuuuh. Na, guck er an, wo sind wir jetzt gelandet? Wow, das ist aber eine ordentliche Schiene. Wie cool. Okay. Damn, Son. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut, das ist definitiv nicht der Fahrstuhl, den ich erwartet habe. Aber ich nehme ihn. Absolut. Liebe Leute, dann sind wir wieder am Ende der heutigen Reise angekommen. Es war mir wieder ein Fest. Auch wo wir jetzt am Mittwoch richtig schöne WoW-Eskalationen hatten, muss ich sagen. Karl Kaktus, ich habe ihn vermisst. Gleichermaßen. Es ist immer wieder schön. Es hat sehr fordernde Stellen, das Game. Aber auch an denen konnten wir uns bisher erfolgreich fest und dann gleichermaßen durchbeißen. Das muss manchmal auch so sein. Und ich hoffe, genau so geht es weiter. Dazu ein bisschen schöne Optik, Junge. Ein paar nette Geschichten und ein paar sehr weirde Bosskämpfe. Es gibt nur die Macht.